Ich bin sehr gespannt, was das wird, Chad. Also ich habe ja gesagt, vorm Release habe ich gesagt, ich werde das an das Spiel so rangehen, dass ich nicht erwarte, dass es Silent Hill 2 ist, sondern ich gehe einfach an das Spiel ran mit dem Gedanken, ich hoffe, ich kriege ein gutes Horrorspiel. Deshalb bin ich ganz losgelöst von dem Original. Wir haben jetzt auch vor kurzem das Original gespielt. Es ist immer noch gut, so wie es ist. Und wir brauchen gar keinen Ersatz dafür. Aber natürlich ist es trotzdem jetzt zu sehen, den Unterschied zwischen dem Original und dem Remake und so. Vor allem bin ich sehr gespannt, wieso das Spiel überhaupt so lang ist. Es wird ja gesagt, das Spiel ist irgendwie 15 Stunden lang oder so. Und das OG ist halt irgendwie 6, 7 Stunden. Und jetzt, ja, das ist interessant. Wieso ist das so lang? Ist das wegen extra Cutscenes? Ist das wegen Fetch-Quests? Haben wir dann irgendwelche Side-Quests wieder erledigen können? Keine Ahnung. Töte 5 Nurses? Keine Ahnung. Loote 5 Haarspindeln oder so? Keine Ahnung. Oder wofür das da ist? Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein, Chat. Äh, Kampfherausforderungen belassen wir auf Standard. Rätsel ist schwer, ne? Boah, wir können irgendwie 90er noch machen. Grafikmodus, 90er oder normal? Wir machen Standard. In meinen rastlosen Augen sehe ich diese Stadt. Silent Hill. Silent Hill. Hauptschmachsum. Up ch court 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 Tru Woberg ist un abbott. In meinen rastlosen Augen widows das. Nichtsหung. In meinen rastlosen Augen steht erot. Lie очень sightselem nicht darüber nach husband. Mary, wie könntest du wirklich in dieser Stadt sein? Suckers. Ihre Stimme ist sehr wichtig. Die muss perfekt sein. Die anderen Stimmen egal, aber Mary's Stimme muss perfekt sein. Es ist schrecklich. Es kann nicht sein, dass ich das sage. Das ist das, was ich immer sagen. Mary died of that damn disease three years ago. So, dann, warum bin ich für sie? Our special place. Was soll sie sein? Das ganze Stadt war unser special place. Könnte Mary wirklich hier sein? Ist sie wirklich lebendig? Für mich wartet. Dann gehen. Das ist ja einfach Leon S. Kennedy aus Resident Evil 4. Däger. Kurz nochmal an Einstellungen. Ist wieder klein geworden. Okay. John Evil aus Resident Evil 4. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie was looten muss oder so. Ob es hier schon irgendwie Wackelköpfe gibt oder so. So Pyramid Head Wackelköpfe, die ich sammeln muss. Ich spüre die Immersion richtig. Das Wasser sieht schon sehr hübsch aus. Ich vermisse den Screenshot aus dem Hintergrund. Im OG war ja der Hintergrund hier einfach so ein echtes Bild von einer echten Landschaft. Soll das Spiel absichtlich auf 30 FPS laufen? Ich habe auf Qualität eingestellt, ja. Damit es schöner aussieht und die 30 Frames bei so einem Spiel sind auch geil. Weil dann sieht das filmerischer aus. Okay, let's go. Ist der Brief da? Also die Karte war das, ne? Ja. Gesammelt. Karte von Soft Whale. Okay, let's go. Ja, wahrscheinlich hast du das bei jemandem gesehen, der einen krassen Rechner hat. Oder jemand, der auch auf Playstation wahrscheinlich mit Leistungsmodus gespielt hat. Irgendwie mag ich die Laufanimation nicht. Er geht halt wie so ein bedröppelter, trauriger Mann. Meine Frau ist tot. Heul nicht rum. Werde erwachsen. Oh mein Gott. Er ist einfach wie ich. Scheiß Emo, ey. So, ja. Gib sie ihm. Der hat dieselbe Jacke an wie der Typ aus Until Dawn. Nee, nicht Viktor. Der krasse Macher. Ich hab seinen Namen vergessen. Der krasse Macher. Nee, nicht Chris. Der krasse Macher, der mehrere von den Viechern getötet hatte. Ich hab seinen Namen vergessen. Der hat dann ja später auch so eine Jacke. Der war ja erst so Nathan Drake mäßig und dann hat er so eine Jacke bekommen und dann war er auf einmal James Sunderland. Mikey Boy. Sieht schon sehr nice aus. Ich würde auch gerne hier rumlaufen. Also ich würde nicht unbedingt das erleben, was James erlebt, aber ich würde auch gerne in diesem Wald hier entlang laufen. So richtig geil neblig auch noch. Voll schön. Ja, wir spielen Sonntag nochmal Until Dawn. Aber dann die Katastrophenroute. Ich bring alle oben. Ist das Raytracing? Bestimmt, ne? Nein, ich hab die gute Route gespielt. Bei mir sind erst im letzten Kapitel die Leute gestorben. Wildschwein. Gab's das Emoji auch? Diesen Brunnen? Nee, ne? Ah. Es ist so, dass jemand sich um meinen Kopf kreiert. woanders und dann sagt er sowas ähnliches. Ja, ich finde die Untertitel auch hässlich. Dass sie so einen komischen, schwarzen, aggressiven Schatten haben. So, jetzt vorsichtig. Wenn ihr Ultra-Rechts seid, jetzt wird es schwierig, weil jetzt kommt Voker-Content. Oh mein Gott. Was hat Team Blubber mit ihr gemacht? Diese dumme Aglification. Entschuldige mich. Ich bin sorry. Ich war einfach... Hey, es ist okay. Ich wollte dich nicht schrauben. Ich bin ein bisschen verloren. Entschuldigung? Ja, ich bin ein Silent Hill. Ist das der richtige Weg? Sie hat auf jeden Fall ein breiteres Gesicht, ja. Es ist schwer zu sehen, mit dieser Flüge, aber es ist nur die eine Straße, du kannst ihn nicht missen. Danke. Danke. Aber... Ich glaube, du sollst weg. Diese... in dieser Stadt, da ist etwas falsch mit dir. Und es ist nicht nur die Flüge, either. Ist es gefährlich? Vielleicht. Es ist irgendwie schwer zu erklären, aber... Ich werde dich vorsichtig. Ich bin nicht lieb. Nein, ich glaube, es ist... Es ist... ich glaube, es ist gefährlich. oder nicht. Ich gehe entweder. Aber warum? Ich will für... Mary. Someone. Someone sehr wichtig zu mir. Me, auch. Ich will für meine Mama. Ich meine Mutter. Es ist so lange seit ich sie gesehen habe. Ich dachte... Mein Vater und Bruder waren hier. Aber ich kann sie auch nicht finden. Entschuldigung, das ist nicht dein Problem. Nein, ich... Ich hoffe, dass du sie findest. Ja, du auch. Na, ist der Musik. Mein Herz zerbricht jetzt schon. Ja, sie ist auch nicht fett. Sie hat auf jeden Fall ein runderes Gesicht und ein breiteres Gesicht. Ich glaube, darum ging es den Leuten. Weil im OG hat sie schon sehr schmales und markantes Gesicht. Das ist eher so weicher und... runder. Ich glaube, das ist das, was die Leute dann... so schlecht geredet haben. Und sie deshalb dick genannt haben. So diese... Yo! Bloodborne! Abfahrt! Hast du... Hast du... Hast du noch etwas? Okay, ich geh. Nein, es ist... ... diese Fog. Sieht es zu dir... ...unzettelbar zu sein? Ich glaube... Die sieht halt aus wie eine reale Person. Ja, die im OG sah auch nicht aus wie eine Fake-Person. Aber die hat schon ein sehr anderes Gesicht. Die Angela... Ich kann ja mal die Angela aus dem OG zeigen. Also, ich hab die auf jeden Fall so im Kopf, dass sie so ein recht dünnes, markantes Gesicht hatte. So wie James halt. Da. Oh, das seht ihr gar nicht. Hier. Der hat auf jeden Fall um einigesten... Ihr Gesicht ist auf jeden Fall schmaler. Als bei einer neuen Angela hatte ich hier. Sieht man von beiden. Hier. Und wo ist das... Meme von Twitter? Hier ist das Meme von Twitter. Ich glaube Konami hat sogar diesen Tweet runternehmen lassen. Ich weiß nicht, ob es genau der ist, aber einen ähnlichen. Irgendjemand hat so einen Tweet gemacht. Mit so einer bearbeiteten Angela. Und Konami hat den Tweet runternehmen lassen. Und ja, die Fans sind sehr, sehr wütend gewesen. Oder sind es immer noch. Wie gesagt, die haben... Der Wikipedia-Artikel von Silent Hill 2 musste sogar offline genommen werden. Weil die Fans die ganze Zeit den Wikipedia-Artikel immer geändert haben. Und irgendeine Scheiße reingeschrieben haben. Die Leute sind komplett am Durchdrehen gewesen. Wieso Wikipedia? Ja, weil halt die ganze Zeit der Wikipedia-Artikel von den Fans geändert wurde. Irgendwie haben die alle reingeschrieben. Oh, das Spiel wurde von allen Kritikern als schlecht angesehen. Kritiker empfehlen es nicht zu spielen. Und so. Und die haben das immer und immer wieder geändert. Und dann hat... Wurde es von Wikipedia selbst die Seite geschlossen. Ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Aber ja. Nur wegen Gesichtern, ja. Ja. Oh je. Ja, es gibt halt so eine... Ich weiß nicht, wie diese... Es gibt so eine Accessuation oder wie heißt es? Keine Ahnung. Es gibt so eine... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Organisation, Einrichtung, wie auch immer. Die mit so medienschaffenden Teams sich auseinandersetzt und denen Empfehlungen ausspricht. Wie sie zum Beispiel ihre Spiele inklusiver gestalten, diverser gestalten und so. Und viele Leute haben halt mitbekommen, dass Team Blubber, wie auch immer die ausgesprochen werden, wohl mit denen auch gearbeitet haben. Und das hat dann... Ja. Sind da sehr viele wütend geworden. Weil... Ihr Lieblings-Spiel zu Silent Hill 2 wird jetzt... Vogue! Und divers! Angela ist fett! Sieht schon fast aus wie der Silent Hill-Film, der erste. Pyramid Head trägt jetzt Regenbogenflagge, ja. Es gibt einen Film, es gibt sogar mehr als einen Film. Boah, der Nebel ist aber echt sehr stark. Stärker als im Original. Der Nebel ist hier gerade wie Silent Hill 1 Nebel. Oder vielleicht war der N2 nicht so stark... Hab ich nicht so stark wahrgenommen, weil ich das HD Remaster gespielt habe. Von Fans. Vielleicht haben die da den Nebel ein bisschen irgendwie verändert. Ja, auf der PS2 siehst du generell nichts, weil es so verschwommen ist. So blurry. Kann ich on the fly die Grafik ändern? Ja. Okay, das ist jetzt der... Nineties-Modus. Ist einfach nur gräulicher. Oder? Joa. Ist gräulicher und hat so eine Vignette noch. Boah. Diese Stelle hier. Chat. Wer von euch hat das Spiel gespielt? Ähm. Wer von euch hat SnowRunner gespielt? Wir waren irgendwann mal irgendwie zu viert einen Abend lang in so einem, in so einem Waldstück, wo man so Holz abholen musste. Und da war alles so voller Schlamm. Und Nego musste das mit einem Kran, musste er diese Holzdinger verladen. Und der ist da so ausgeflippt. Und jetzt immer wenn ich so matschige Orte mit so Baumstämmen sehe, muss ich immer an SnowRunner denken. Das war wirklich eine komplette Katastrophe. Also wir haben da nicht wirklich viele Baumstämme weggebracht. Ich wollte die Tage mal Space Trucker anfangen. Das soll nice sein. Nichts von gehört. Ich hab keine Ahnung was das ist. Ich hab keine Ahnung was das ist. Ich hab keine Ahnung was das ist. Äh Fußabdrücke Matsch. Nö. Doch. Sieht schon sehr sehr hübsch aus. Ich weiß nicht wie es im Stream ist. Aber so für mich gerade schon sehr hübsches Spiel. Und Baka. Dankeschön für 16 Monate. Sehr atmosphärisch. Okay. Und Schlüssel. Der Nebel sieht nicht gut aus für die Bitrate. Ja. Der Spieler hat auch so einen körnigen Filter. Der ist auch immer nicht so gut für Streams. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Ich weiß nicht ob ich ihn ausmachen kann. Hochkontrast Modus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann einfach mal rein, ne? Okay, stark. Nichts drin. Da haben wir ihn. Autoparts-Schlüssel. Sexy Kalender. Chat, habt ihr das Spiel schon gespielt oder irgendwo anders geschaut? Oder ist das wie für euch so blind wie für mich? Natürlich nicht. What the hell? Nur sehr wenig bittendrin. Bisschen gespielt. Durchgespielt sogar. Und was sagst du? Hast du das Original gespielt? Würdest du sagen, ist besser? Da ist es. Da krieg ich meine erste Waffe. Okay. Doch nicht. Ich konnte es mir einfach anschauen. Auf dem PC kann man die Filmkörnung durch Ändern einer Datei ausmachen. Es tötet das andere auf jeden Fall nicht. Würde im Zweifelsfall eher Remake nochmal spielen. Ja. 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 Irgendjemand schlägt gerade auf dem Klavier drauf. Jetzt ein bisschen Silent Hill 4 mit Furzgeräuschen wäre stark. Ich mache gerade so ein bisschen dem massives Gameplay, ich tue so als würde jetzt James auch kurz hier so ankommen und ein bisschen was davon trinken, weil er durstig ist, jetzt geht er weiter. Ich habe einen Schluck genommen, das war so immersiv, ich bin im Loop, okay doch nicht. Kein Parking! Ja, Parking ist auf Vogue. Roadrunner, meet me. Da kann ich auch nicht gleich weiter, okay. Oh, neue Karte! Okay, wir sind angekommen. Nice. Ja, Parken ist halt Stehenbleiben und Stehenbleiben heißt Auto nicht benutzen und Auto nicht benutzen heißt gut für die Umwelt und gut für die Umwelt heißt Moke. Mögen wir nicht. Äh, ich weiß nicht wie lange ich heute mache. Wir sind auf jeden Fall noch ein paar Standen hier. Ich laufe zurück. Da, ich dachte durchspielen. Durchspielen wird schwierig. So, Karte. Ich weiß nicht wo ich bin. Kannst du den Blumen laden? Gehe ich davon aus, dass ich überhaupt irgendwelche Läden rein kann? Wobei, das ist ein Remake, ne? Irgendwo muss ja die Spiel länger drin sein. Da ist eine Sidequest drin. Wow! Okay, Sidequest! Let's go! Im ganzen Spiel gibt's Blumen Collectibles. 64 Blumen im ganzen Spiel verteilt. Für die 100%, für die Platin-Trophäe. Cassandra. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt. Aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Ein Kundenmaus. Du musst jetzt in Echtzeit bis 8 Uhr morgens warten, bis du bedient wirst. Ah! Gutes Sidequest! Was ist das? Was ist das? Er guckt da hin. Ist das wie im O.G.? Wenn James irgendwo hinguckt, dann heißt das da ist ein Item. Ja, mehr war da nicht drin. Einfach nur ein Lore Piece. Ich weiß gar nicht, was man als erstes gemacht hat, der Emoji, als man in die Stadt gekommen ist. Ich glaube, da waren wir noch in diesem Wohnhaus, ne? Als erstes Gebiet. Irgendwas mit W. Irgendwas mit W. Wood Brooker House. Woodbury's House. Wood... Woodside Apartments. Ah, ich wusste irgendwas mit W. Was ist das? Was? Dasselbe Team... Wurde? Ja, Resident Evil hier auf einmal. Es gibt wohl neue Enden. Und halt neue Dialoge, ne? Und wir waren gerade im neuen Blumenladen, genau. Hey, warte! Ja, das ist so. Boah! Fahrrad. Ist es noch ganz? Wieso kann man denn so wenig spielen, Fahrrad fahren? Nee, es klingt ein bisschen anders als ne Katze. Hello? Great. Dankeschön für 10 Monate. Wo ist meine Waffe? Ich brauche eine Waffe. Wann kriege ich meine geile Keule? Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennen Zeichenübergänge, mit denen du interagieren kannst. Weißer Stoff. Ach da. Das sind die Resident Evil Marker hier. Resident Evil haben wir überall so gelbe Streifen. Hier sind das weiße Streifen. Huch. Jumpscare. Jumpscare. Ist gar nicht so schlimm wie Emoji, der Jumpscare. Ist ein angenehmes Rot. Ist die Küche so klein oder ist James einfach ein Riese? Wieso ist die Küche so klein? Hä? Okay, eine Heilung. Ja, ich bewege extra die Kamera so langsam. Ja, ich bewege extra die Kamera so langsam. Ah, okay. Chet, das geht los. Ah, okay. Da ist die Keule. James hinter dir. James, die Keule hinter dir. Stay back. So, du bleibst liegen! Whatever it is, it's not human. Oder war das erst ab 5? Ab irgendeinem konnte man dodgen. Ich glaube, ab 5 erst, oder? Nice. Ich hab alles mitgenommen. In irgendeinem runtergekommenen Ort. Alles dreckig, alles ekelhaft. Spritze gefunden. Einpacken! Nehmen wir mit! Nehmen wir mit! Nehmen wir mit! Nehmen wir mit! Ich weiß nicht, ob ich das fühle. Hat sich irgendwie nicht so satisfying angefühlt. Ich hätte gerne einen Parry oder so. Pching! Dafür hast du aufgetreten. Ja, ich muss ja sicher gehen, dass er nicht mehr aufsteht. Woher bist du, Mary? Okay. 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 Klär, Andro. Dankeschön für 26 Monate. An diese Flasche erinnere ich mich noch aus dem Trailer. Wo packt er das Ding eigentlich hin? Okay. Im Dead Space. Wie ist das? Ui! Gab's immer OG Leichen? Hat man da irgendwo Leichen gesehen? Ich glaub schon. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. NieLiBar! Der ist wirklich so aus wie James, oder? Von den Klamotten her. Das ist einfach Returnal. Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Ich glaub, die kommen auch im OG vor, diese Nachrichten. James in der Drogenroute, ne? James in der Route, wo er sich die Spritzen hier gespritzt hat. Das geht der denn wieder über den Boden. Ich mag Autos kaputt machen. Wo seht ihr Katzen? Wo war ne Katze? Gab's ne Katze? Miau? Wo war ne Katze? In Silent Hill gibt's doch keine Katzen. Ach, das Fieber am Boden? Ne, das war keine Katze. Ich weiß, wie Katzen aussehen. Hab schon mal welche gesehen. Okay, ähm, wir kommen von da oben. Und wir gehen jetzt in die Nilibar. Okay, hier hat das Radio kurz geknistert, aber kein Gegner. Im März 1965 wurde Silent Hill von der Gesellschaft für paranormale Forschung in Maine besucht. Nach gründlicher Untersuchung kam ein Team von erfahrenen Wünscheroutengängern zu dem Schluss, dass das Gebiet um die historische Kohlengrube Wilster hochaktiv sei. Die Gesellschaft hoffte auf weitere Untersuchungen und Expeditionen in die Grube. Es kam jedoch nicht dazu, denn bald darauf wurde Silent Hill vom örtlichen Geschichtsverein vom historischen Naturschutzgebiet erklärt. Außerdem stieß die Idee auf den Widerstand der Gemeinde. Die argumentierte, die Forschung der Gesellschaft würde vom Tourismus in der Region schaden. Wer die Glaubwürdigkeit unserer Forschung in Frage stellt und sich hinter Tagestourismus versteckt, der will uns nur daran hindern, die Wahrheit zu erfahren, kommentierte ein Mitglied der Gesellschaft. Leider war keiner der örtlichen Vertreter für eine Stellungnahme erreichbar. Anmerkung der Reduktion. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen keine Beweise für Glaubwürdigkeit der Radiesthesie oder die Wirksamkeit von Wünschelrouten vor. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht die Ansichten des Autos wider. Aber das mit der Kohlenmine, Kohlengrube, das war doch im zweiten Teil nicht wirklich Thema, oder? Das war nur im ersten und im dritten Thema. War das im zweiten? Ne, im zweiten war das niemals für Thema, oder? Und Nudel! Dankeschön! Für 38 Monate. War ein High. Extra Lore! Wir kriegen hier Connections zu Silent Hill 1. Was? Wo ist er? Boah, der kommt hier rein! Spinne! Hallo! Der hat einfach Hyper-Armor und der hat einfach durch meine Schläge einfach gekontert. Super stark, super rein. Lass Schmutz von gestern vergessen sein. Mehr war da nicht drin. Ja, ich brauche eine größere Waffe, eine riesige Keule oder so, so zweihändige Keule. Das wäre stark. Unter dem Auto. Bleib stehen! Wie James rumschreit. Wie soll ich normal rübergehen? Hallo, ich bin am Looten. So, liegen bleiben! Okay, irgendwas hat sich geöffnet, dass ich die Münze rausgeholt habe. Irgendwas hat sich geöffnet, wo das Viech rauskam. Oh, geil! Ah! Geil! Alle Scheiben kaputt machen. Hä? Hä? Wo kam der rein? Ah, Karte! Da ist jetzt so ein Checkmark gesetzt. Wahrscheinlich war es wichtig, die Münze da zu holen. Ich meine, auf der Münze stand ja auch Bar Neely, vielleicht brauche ich irgendwie die Münze für den Eintritt in die Bar. Ich meine,unächst mal. Ich meine... Wo am... Woam ... Woam ... Woam ... Da ist einer Ich hätte vielleicht ein Polizeiauto irgendwie eine Heilung oder so Oder eine Pistole Silent Hill Taverne Ein Dogger wird vermisst Okay, es ist hier direkt an der Ecke Moin Die Jukebox, dafür ist die Münze Okay Ich denke mal, das nehmen wir mit Kaputte Schallplatte Bin das ganze Wochenende alleine zu Hause Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen Ich musste ihn rausschmeißen Er ist weggerannt und heulte Er würde alles in Ordnung bringen Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte Aber einer der Knöpfe fehlt immer noch Die Hälfte der Platten steckt immer noch drin Aber die andere Hälfte fehlt Er muss sie wohl mitgenommen haben Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht Er wohnt an der Soul Street Neben der Apotheker Apartment 9 Die Schallplatten sind bestimmt Collectibles, oder? Für die 100%? Münze geht da auch nicht rein, okay Ja, I guess wir müssen jetzt hier eine Schallplatte bringen Also die ganze Schallplatte Und dann das Ding aktivieren Und dann kriegen wir vielleicht irgendwie einen Schlüssel, oder so? Bis zum nächsten Mal Okay, ich verstehe. Ganz wilder Mechanismus. Okay, Groovy Street. Groovy Music ist oben, aber er wohnt bei Soul Apartment. Ja, gehen wir erst mal zu Groovy Music. Ja, oder... Ja, das Groovy Street. Liegen bleiben! Boah, das ist jetzt meine Stadt hier. Ist man so schneller? Ja, oder? Guck. Guck. Backstep. Schade, dass wenn die am Boden liegen und man drauf tritt, dass die dann nichts bleddern. Das macht einfach nur Bonk, Bonk. So, das ist doch hier... Ne, doch noch nicht. Was haben die eigentlich für Plateausohlen? Ja, ich denke mal, das soll so hochhackige Schuhe darstellen, I guess. So, das war's. Was ist das? Okay, ich hab noch eine Spritze. Aber ja, das ist theoretisch hier, dieser ganze Progress ist hier komplett neu. Okay, man musste dann nicht in irgendwelchen Musikladen laufen oder so. Irgendwelche Schallplatten, irgendwelche Münzen sammeln. Also ich hab keine Heilung mehr. Lass dich von der Musik mitreißen. Finde die Melodie deiner Träume und schwinge das Tanzbein. Wie er einfach alles kaputt macht. Wie war denn das? Wenn er wollte, kann er die Stadt verlassen, wenn er keine Lust mehr hätte. Ja, aber er will er nicht verlassen. Er sucht ja seine Frau. Aber in der Regel kann er jederzeit aufhören. Ja, eigentlich ist James nur hier, um zu zerstören. Kleber. Und da ist das andere Stück. Der Long Way. Und jetzt kann ich die kombinieren. Zack. Ich muss es nicht machen, aber ich will es. So. Das sind meine Markenzeichen. So wie bei Kevin allein zu Hause. Die nassen Banditen. Die feuchten Banditen. Die bei jedem Einbruch immer die Keller volllaufen lassen hatten. Mit Wasser. Das waren deren Markenzeichen. Das ist mein Markenzeichen. Überall wo ich einbreche, sind alle Fenster kaputt. Und alle Scheiben. Die Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten, die du verloren geglaubt hast. Die klebrigen Banditen waren im zweiten Teil. Im ersten Teil waren das die feuchten Banditen. Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult. Hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir uns sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun. Allein schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos rausgerannt und hat sie hier gelassen. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Neelis nach, wenn du das nächste Mal da bist. Ja, da waren wir gerade. Das ist, wenn du wahrscheinlich dann zuerst hier hinkommst, dann kriegst du einen Hinweis, wo die andere Hälfte ist. Was hören die Leute in Silent Hill für Musik? Ja, Country ist ja momentan ganz groß im Kommen, ne? Vielleicht da rein? Man nennt ihn doch der klirrende Kegi. Ja. Was war ich hier? Kakelake! Okay, hier brauchen wir einen Code. Wo bin ich überhaupt gerade? Okay. Tastenfeld. Irgendein Großmarkt. Also ist er nicht gefangen, das ist keine Traumwold und killt Dorfbewohner. Sehen die Leute für dich aus wie Dorfbewohner? Diese komischen Monster sehen für dich aus wie normale Dorfbewohner? Ich würde umziehen. Ich würde umziehen. Jetzt müssen wir in das Apartment gehen, da die Taste holen, ne? Aber war das nicht irgendwas unten? War das nicht irgendwas Blaues? Das ist doch hier die Blaue, ach, die Blaue 2 ist es. Ja. Okay. Ja, wir brauchen die 2. Und Fatality, Dankeschön für 16 Monate. Und Inkartivie, Dankeschön. Das ist immer noch nicht das Apartment. Das ist immer noch nicht das Apartment. aus dem OG. Das ist noch irgendwas anderes hier. Aha. Okay. Das ist bestimmt wichtig. Ich spiele ja auf Rätsel schwer, ne? Spritze. Spritze. Katze. Katze. Jetzt aber auch nicht eingepackt, den Zettel. Drei. Wir suchen Zimmer 9. Ne, guck mal, hier ist ne Karte. Ist wohl ein eigenes Gebiet hier. Oder so. Äh, 9 ist oben. Oh, ich freue mich auf den Raum mit den ganz vielen Kakerlaken. Auf Rätsel schwer musst du die Zahlen merken. Ja, ich bin sehr gespannt, wie schwer die Rätsel sein werden, weil die Blubber, Blubber, Horror-Horrorspiele, die Rätsel da sind immer sehr, 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 sehr deep. Deshalb bin ich gespannt, wie die hier sein werden. Ein Fünfer. Wo es auf einmal dunkel wurde, ja. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel da gelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Wahrscheinlich genau über der 5 ist die 9. Also, ich hänge seit gestern Abend an einem Rätsel und weiß nicht, ob das ultra schwer ist oder ich ultra lost bin. so. Ja, ich bin gespannt. Käfer. 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 Hier ist die Nummer 8, 7, 6, 4, 5. Und 5. Okay, da können wir dann durch die Wand durch. Wenden, man kann Zettel wenden. Scheiße, habe ich jetzt die halbe Lore verpasst, weil ich die Zettel alle wenden konnte? Verdammt. Drei. Credих. Deine. Versteig ich nicht das. Ich bin ein Typ. Ich bin ein Typ. Ich bin ein Typ. Geh. Ich bin ein Typ. Oh, was ich bin ein Typ. Inventar. Wo ist mein Inventar? Ich habe kein Inventar. Inventar wurde mir nicht beigebracht. Ah, hier. So, das kann ich nicht wenden. Ich kann keine Settel, ich kann keine Notizen. Ah, hier. Moment. Ich kann ganz normal nur lesen, aber nicht wenden. Huch! Ich bin tot. Die schützt ja sowas von gleich ein. Du musst untersuchen und dann anwenden. Soll ich jetzt jeden Zettel einmal durchgehen? Wieso kann man die wenden? Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf weg, 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 lauf weg. Hat sich gelohnt, umzudrehen. Nein. Wow! Ja, es gibt kein Zurück mehr. Und dann kam sie und wusch, alle meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wusch. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt im Texas. Dann gehen wir. Wir laufen nicht weg. Wir kämpfen. Weglaufen war nie die Option. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Hier tropft's. Ist das noch nicht Texas? Ich denke mal, hier heißt ein Laden Texas. Was? Weil er sagt, im Texas? Also gibt's vielleicht hier einen Laden? Gibt's irgendwas, was Texas heißt? Da sind die Woodside Apartments. Die sind genau hinter der Gruel Music. Ah ne, da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen ja zu Neelys Bar. Und der Neelys Bar bekommen wir bestimmt irgendwie einen Code für das Tastenfeld, für den Großmarkt. Oh, Silent Hill 4. Ah, der Knopf. Okay, einfach random. Das ist jetzt so random so ein Schleimzeug. Das Ding ist, Silent Hill 2, alles was dort passiert ist, hat ja quasi schon so ein bisschen hingedeutet. Also Foreshadowing. Die Monster und so, was die alles darstellen. Der Weg nach unten immer durch die Löcher. So, was stellt das jetzt dar? Wo musste James in seinem Leben seine Hand ranstecken, die schleimig war? Und er fruchtet irgendwie Kühe oder so? Ist das sein Job? Er musste mal helfen, Kalb zur Welt zu bringen und seitdem hat er einen Trauma. Okay, zurück zu Neelys Bar. Nehmt mal zehnmal auf die Karte schauen. Aber ja, alles was ich hier mache ist komplett neu. Das musste man im OG, all das hier gar nicht machen. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. So. Zack. Und jetzt blau. Zwei. Abfahrt. Boah, das ist Marys Lieblingslied. Was ein Zufall. Das war's water park. Daisy, Maria, that Mary, the park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. And now the machine is going to be in the water. Why did she go to the water? James, I will not bite you! A key to the Nili Bar. I guess the door there. Speichern kurz. Ich habe keine Ahnung was das ist. Ist das Queen oder so? Ich habe keine Ahnung von Queen. So, genau. Oh, da geht es direkt hoch. Ich habe es einfach nur geschoben. Ich kann nicht mehr runter. Ich bin gefangen. Ich wollte schauen, ob es irgendwie Heilung gibt oder so. Okay, dann klettern wir hoch. Rolling Stone. Ah, hier. Highway to hell. Okay, da ist schon mal nichts hinten. Okay. Ähm, er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der türkis-grüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. Ich weiß nicht, ob das von den Rolling Stones ist, Keggy. Ja, ich verwechsel die immer. Dann waren das die anderen hier mit, äh, And nothing else matters, ne? Ich bin eingesperrt. Okay, doch nicht. Kann kein Laken kommen. Okay, gehen wir zum türkis-grünen Auto. Ich habe gewendet, da war nichts. Okay, das ist... Rot. Das ist... Orange. Ah, das ist grünlich. Aber ist das türkis-grün? War trotzdem kaputt. Junge. Wie wütend dieser Mann ist. Ja, aber es ist nicht... Für mich ist es auch kein türkis-grün, aber es kommt türkis-grün am nächsten. Davor hatten wir nur orange gehabt und rot. Aha, guck, das sieht auch grün aus. Aber das ist es auch nicht. Das ist auch nicht türkis. Ist das türkis? Das ist weiß. Okay, ich habe jetzt nochmal Glück gehabt. Ich muss zugeben, das richtige Apartment nervt mich ziemlich. Das Woodside Apartment, shit, ist zu groß. Oh, ich laufe zurück. Ähm... Das ist irgendwo in der Richtung, I guess. Kann man hier durch? Ah, man kann hier durch. Ah, hier türkis. Ich habe es. Aufmachen, Polizei! Das ist auch türkis-grün, oder? Ich kann damit nichts machen. Ah, hier. Woodside Apartments, okay. Nice, guys. Äh, hier sind ja alle. Jeder ist hier. Ich jetzt nicht mehr. Ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die verfolgen mich immer noch. Ich glaube, die verfolgen mich immer noch. Hier muss es sein. Hinter mir. Haps. Ich wollte den Zettel lesen. Café Texas. Wir müssen hier weg. Wir treffen uns dort. Da, Café Texas. Es war wirklich irgendwie ein Café oder so ein Lokal. Okay, wir haben es geschafft. Schön gemütlich. So. Jetzt kommen wir zu einem Part, den es im OG gab. Hier war man so nach 10 Minuten spielen, war man hier. Und dann wollen wir zum Rosewater Park. Einen Ruhezettel lesen. Ja, ist wichtig. Die Lore. Wir müssen die Lore verstehen. So, und hier muss er dann in dem Gebäude aus seiner Taschenlampe bekommen. Weil es wird langsam dunkel. Birko, was machst du da? Sehr geehrte Anwohnerinnen. Bezüglich ihrer Beschwerden über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hat recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen der Verwaltung Woodside Apartments. Wänden. Nichts. Hoffentlich kriegt er die bald. Ja, er muss ja hier irgendwo bekommen haben. Emoji war ja irgendwie ein Raum, da konnte man nicht rein, weil es zu dunkel ist oder so. Und dann bekommt man die Taschenlampe. Moin! Jemand da? Ich komm mal rein, ne? Shotgun auf der Rückseite. Hier ist die Shotgun. Doch nicht. Pistolenkugeln! Oh lol. Oh lol, das heißt Penguin. Versteht ihr wegen Peng und Penguin? Lol. Das kennen wir auch aus Emoji. Die Münzen. Nur das stand in einem, ähm, in einem Zimmer. Äh, in einem Zimmer, in einer Wohnung. Und nicht irgendwie hier unten. Free Bright Coins. Free Actors in play. Yet within the shade, not one do does remain. The one wants... Ja, okay. Ich kann auch so einfach lesen. Drei glänzende Münzen, drei Figuren. Schwer, doch in Schatten liegen niemand mehr. Der einst so galante Flo dem Glanz des Lichts. Von der Sünde Flo er weit weg in das Nichts. Sie, der zu beschützen schwor, liegt nun im Grab unter weißem Floor. Okay, das Rätsel ist hier ganz anders. Also man musste im OG so Münzen sammeln, wo dann so irgendwie so Charaktere drauf sind. Irgendwie der alte Mann, die weiße Frau oder so. Und dann gab es irgendwie so ein kleines Rätsel. Also ich denke mal, hier wird das so ähnlich sein. Nur der Text dazu ist halt ein anderer. Ja, ja, man muss so Münzen einsetzen, wo auf den Münzen so Personen abgebildet sind. Alles mitnehmen. Pistolenkugeln. Pistolenkugeln. Ist jemand da? Ah, Puppen. Pyramidenkopf. Und da ist unsere Taschlampe. Ist das Marys Klamotten? Ähm, sieht so aus, ne? Okay, die sehen hier viel fleischiger und menschlicher aus, oder? Emojis sahen das wirklich einfach aus wie Puppenteile. Hier sehen die sehr viel menschlicher und fleischiger aus. Okay. Müllschacht, Hofschlüssel. Da, da sind Klamotten von Mary. Er ist groß. Er ist groß. Ist Mary eine Rentnerin. Ist Mary eine Rentnerin? Ist Mary eine Rentnerin? Findest du die Klamotten sehen aus wie von einer Rentnerin? Ich meine, das Kleid ist hübsch. Ich meine, das Jäckchen, ja, okay. Hat ein bisschen Rentnerstyle in Kombination. Aber das Kleid ist doch süß. Das ist Cotage-Core. Seht ihr? Ich habe gar keine Ahnung von Mode. Bei dir sieht es aus wie ein Lost Place? Okay. Ich breche bei dir ein. Darf ich bei dir zu Hause streamen? Okay. Jetzt brauche ich eins. Ich muss eigentlich alle Türen abchecken, ne? Oder ich muss jetzt raus zum Müllschacht. Das ist der Hinweis. Und hier ist jetzt erstmal alles egal. Turbo, danke schön. Für 35 Monate. Ja, ich guess Müllschacht ist draußen. Äh, ne, Müllschacht ist drin. Müllschacht. Nicht Mülleimer. Müllschacht war... ...Mog direkt neben dem Treppenhaus eigentlich. Hier jetzt aber nicht. Vielleicht weiter oben. Peng. Okay, hier ist gar nichts mehr. Oh, die Flasche, Chad. Okay, wenn ich diese Flasche jetzt mit meiner Keule runterschlagen kann. Gutes Spiel. Wenn nicht, direkt einen Punkt verloren. Nee, 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 nee. Nee, nee. Das ist wieder so typisch Blobber, ne? Am Ende des Tages für lustige Details haben die dann doch keinen Bock. Ich habe keine Waffe zum Draufschießen. Nice Indie-Game. Ja, hier geht es dann die 202. Ja, Gäste gehen wieder runter. Du kannst mich halt nicht nach oben locken zu den Itemen. Und dann eine Flasche dahin stellen, die so richtig perfekt dafür steht, zum runtergeworfen zu werden. Und dann kannst du dich nicht runterwerfen. Man, muss ich immer den Entwicklern nicht klären, wie Videospiele und wie Videospieler funktionieren? Spielen die eigentlich selber Videospiele? Ja. Okay, das ist der Müllschacht. Ach, das heißt Müllschacht-Hofschlüssel und nicht Müllschacht-Schlüssel. Die haben nicht jemanden gebraucht, der die berät bezüglich Diversity. Die brauchen jemanden, der die berät für Spielspaß. So, gegeben. Warnung, Müllschacht außer Betrieb. Bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Hand reinstecken. Okay, da geht es vielleicht gleich noch rein. Genau, schlafen gelegt so. Da können wir gleich reinklettern. Ja, ne, check ich nochmal die Tür. Und ich denke mal, die Tür wird auch zu sein. Wir müssen hier reinklettern. Ja, erst Angela jetzt die Flasche. Wie Vogue will das Game eigentlich sein? Hätt wirklich. Okay, geht nicht. Mord an den Locaine-Geschwistern. Täter begeht Selbstmord in Haft. Walter Sullivan. Ah, da haben wir den. Der Täter des jüngsten Mordfalls wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hatte. Laut Polizeibericht wurde Sullomans Tod durch Blutverlust verursacht. Er hatte sich die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt, der zwei Zentimeter tief in seinem Hals steckte. Sullivan wurde am 18. dieses Monats wegen des brutalen Mordes an Billy und Miriam Locaine festgenommen. Ein ehemaliger Schulkamerad von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm, dem mutmaßlichen Täter nicht als Kindermörder war. Gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten hatte. Er plapperte allerlei seltsames Zeug vor sich hin, wie er versucht mich umzubringen, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich habe es getan, aber das war ich nicht. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt, erinnert sich der Schulkamerad. Das war 1 zu 1 aus dem OG. Da hat man einen Zettler im Müllschacht gefunden. Nicht im Müllschacht, sondern unten im Müll. Hang. Hier sehen wir einen Monster. Äh, ja, Sullivan kommt im vierten Teil vor. Ich weiß nicht, ob er irgendwas mit einem Pool zu tun hat, das weiß ich nicht mehr, aber er kommt auf jeden Fall im vierten Teil vor. Nee, ich habe noch keine Pistole. Ja, man, alles aus dem OG geklaut, die haben gar keine eigenen Ideen. Faulen Schweine. Macht eure eigenen Spiele. Käfer. Käfer. Hab ihn. Boah, hier ist es aber echt dunkel. Obwohl es draußen noch gar nicht so dunkel ist, es hier ist arschdunkel. Überdurchschnittliche Dunkelheit. So was liebe ich ein Videospielen, ne? Das Peak-Videospiel-Design. Kannst überall Schubladen und Schränke öffnen und nirgendwo ist was drin. Käfer. Aua. Dodge. So, bleib liegen. Boah, die geile Spritze. Junge, der hämmert sich die Spritzen aber auch so tief rein, ne? Bis runter in die Knochen, Alter. Okay, sonst ist hier nichts, ne? Das wirkt richtig. Das geht direkt, direkt ins Blut. Das haben Spritzen an sich, ne? So, haste Gläser. Hier kommt jetzt das. Queen Sunny. Hey, dankeschön. Hey, warte. Junge. Junge, wie asozial. Das ist ja noch schlimmer als im OG. Mit wie viel Wuchte das wegtritt und dann auf seine Hand. Und dann dieses dumm Lachen noch. Junge, das ist ja noch ekelhafter. Okay, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Aber habe ich irgendeinen neuen Schlüssel oder so gefunden? Ne, ne? Ich habe irgendwas übersehen. Oder ich muss jetzt zu ihr. Komm zurück. Wo bist du? Gib mir den verdammten Schlüssel. Korridor-Schlüssel. 2F. Okay. Wir können hoch. Ähm, war ich hier überhaupt überall schon drin? Bin mächtig. Ich glaube nicht, ne. Videospiele. Können wir bitte, können wir bitte endlich damit aufhören? Einsame Blumen. Robert Schumann. Können wir endlich damit aufhören, Videospiele zu machen mit Schubladen? Und Schränken, wo nichts drin ist? Können wir damit endlich aufhören? Wann kam dieser Trend und wieso ist er immer noch da? Hm. Quite the artist. Süß. Und wer muss das wieder drüber streichen? Oh, Mann. Dann wäre das Spiel leer. Und so ist das jetzt voll, oder was? Wenn ich ständig irgendwelche dummen Regale öffne, wo nichts drin ist. Das findest du ist voll. Das OG brauchte auch keine Regale, die du öffnen konntest. Und trotzdem war es ein gutes Spiel. Wie auch jedes andere Spiel, wo man keine Regale öffnen kann. Äh, okay. Und Revolve, Dankeschön für 82 Monate. Moment. Aber Klavier spielen kann ich nicht, ne? Deswegen war OG kürzer, ja. Da gab's keine Schubladen. Nee, bei OG konntest du halt die Schränke einfach anklicken. Wenn halt Items da waren, dann lagen die halt direkt offen. Auf dem Schrank, nicht im Schrank. Und die Schränke konntest du einfach sich so anklicken, damit James ihn was zu den Schränken sagt. Sowas wie, hier ist nix interessantes. Dieser Schrank ist echt hübsch. Den hätt ich gerne bei mir zu Hause auch. Das ist einfach der Room Apartment. Nee, okay. Das hier ist zu viel. Das gab's in der Room nicht, ne? Ein Griff mit goldenem Apfel. Okay, hübsches Kleid. I guess so ein Türgriff, den wir irgendwo reinstecken können und eine Tür aufmachen können. Zieh das Kleid an. Nee, kann ich leider nicht. Es geht erst um New Game Plus. Es gibt, äh, eines der, 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 äh, also du kannst so eine Digital Deluxe Edition kaufen von dem Spiel. Und da ist ein Soundtrack dabei, ein Artbook ist dabei und ein Skin für Pyramid Head. Dass er irgendwie ein Pizzastück als Kopf hat. New Game Plus auf Naked-Modus? Nee, das ist, das sind die Mods. Da gibt's Naked-Modus. Spuck doch, trau dich! Wekel auf der Parasit! Okay, ich kann check absolut nicht, wann die angreifen. Wann ich dodgen soll. Check ich nicht. Kannst du bitte die Tür checken? Nein? Okay. Doch, jetzt so. So, ja, wir gehen hoch, ne? Äh, speichern. Digitale Artbooks, schon wack. Ja, keine Ahnung. Wieso man sich das, also wieso das überhaupt angeboten wird. Gibt's Leute, die kaufen gerne digitale Artbooks? Du kaufst dir einfach, einfach ne PDF, Digga. Irgendwie weird. Ich weiß nicht, ob es Autosaves gibt. Hab ich nicht hier für nen Schlüssel gefunden? Korridorschlüssel, zweite F. Ein Schlüssel zum Korridor in der zweiten Etage. Ich dachte, das ist es hier. Das ist die dritte. Ein Kollege macht das, weil er immer gute Auflösungen haben will für Desktop-Hintergründe. Kriegst du die nicht alle immer online? Kann er nicht einfach bei Google Bilder danach googeln und dann kriegt er die auch? Kannst du ja bei Google Bilder sortieren nach großen Bildern. Okay, auch nicht. Hier war die Taschenlampe. Ach, hier. Irgendwas liegt da vor mir. Irgend'n Fleischklops. Ist das Alter von James bekannt? Ich denke schon, aber ich glaube, das spielt auch keine große Relevanz. Du stehst nicht auf, oder? Du bleibst liegen. Haben wir abgemacht. Hin, Joko. Uh, da ist der Pool. Mit dem Kinderwagen. Der ist der Müllschacht. Da steckt was fest. Da ist die erste Münze. Mortal Kombat hat die Artbook, Soundtracks, etc. einfach im Base Game. Find das gehört auch, äh, also sich so, zu der collection Artbook Digital in Digital in Game. Ja, viele machen das ja auch so, ja. Dass du ja dann meistens irgendwie so freischalten kannst oder so. Oder beim Playthrough irgendwelche Währungen bekommst du als Punkte, die du dann irgendwie freischalten kannst, die Bilder oder so. Die machen ja viele Spiele. Uh, da geht's durch. Der Pyramidenkopf hat überall mit seiner Machete durchgehauen. Äh, okay. Die, 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 die. Hier war mal wohl ein Schrank oder so. Nee, Pyramidenkopf kann er nicht. Müsste aber hier in dem Gebietblech kommen. Wenn das wie im OG ist. Das war seine Lieblingstapete. Vielleicht war das auch so eine kleine Referenz an das OG. Weil es gab irgendwo so eine, in so einem ähnlichen Raum eine Uhr. Die dort im Weg steht. Und vielleicht ist das so. Hier steht im Original eine Uhr. Aber wir haben das Rätsel geändert. Und das soll so für OG-Gamer so eine kleine Hommage sein. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mitmieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Wir freuen uns und grüßen die Verwaltung. Bla, bla, bla. Was best. Ich brauche einen Hammer. Die Flashbacks sind alles Anlehnungen an das OG. Echt? Oh, okay. Dann habe ich das ja richtig gelesen. Oh, okay. Okay, da hat jemand reingeshootet. Und da ist eine Pistole. Okay, ich bin auf das Gunplay gespannt, wie sich das anfühlt. Aber so war das auch im, so ähnlich war es auch im OG-Game, ne? Da war doch auch so ein Raum mit ganz vielen Schusslöchern. Aber ich meine, da saß doch eigentlich ein Typ auf einem Stuhl mit der Pistole, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, da war in einem Raum so eine Leiche. Hier, die saß irgendwie auf einem Stuhl oder so. Da lag so ein James. Halt das Leiche vor dem Fenster. Ja, ja, genau, genau. Hier steht jetzt nur ein Einkaufswagen. So Pyramidenkopf, du kannst kommen! Ich schieß dir deine scheiß Kniescheiben weg, du! Baby? Ja, Pizzakopf gibt's ihm! Pizzakopf-Versager! Ah, hier ist er! Ja, die Szene gab's auch. Daran hab ich wahrscheinlich gerade gedacht. Die Szene hab ich gesucht. Ja, Chat, TV schauen killt dich. Das macht dich so dumm, dass du irgendwann stirbst. Guckt kein Fernsehen. 212! War ich da nicht gerade bei 212? Äh, es gegenüber. Ja, die viereckigen Augen haben ihn umgebracht. Genau. Ist das nicht 212? Ne. Das ist irgendein kleiner Abstellraum oder so. Achso, das ist der hier. Mit dem Müllschacht. Außer am Mittwoch mit Keggy. Wir gucken mittwochs kein Fernsehen. Wir gucken RTL Plus. Das ist nicht Fernsehen. Das ist sowas wie Netflix. Und das ist cool. Slicer! Dankeschön für 17 Monate. Ach, ist das wieder das Zimmer mit der, mit der... Ne, doch nicht. Boah, da ist was drin. Warum muss ich jetzt mal James M machen, wenn er an der Tür ist? Ja, im OG kam halt immer in Text. Von wegen, diese Tür ist kaputt. Diese Tür geht nicht auf. Diese Tür scheint zu klemmen. Und hier kommen keine Texte, sondern einfach nur ein... Okay, er stöhnt auch beim Zielen. Wo ist er? Wo ist er? Käfer? Ja? Er ist im Kühlschrank. Doch nicht. Und hier? Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Wieso erschreckt er mich so? So, scheiß Fernsehen. Kein TV mehr für dich. Der bescheidene Beginn einer Karriere. Wie ist das, ne Wichstücher? 7. 7 Wichstücher, genau. Der Beginn einer bescheidenen Karriere. 2 plus 5 als Eselsbrücke. Okay, merken wir uns. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, ne? Okay. Der hat nicht gestöhnt. 2 plus 5 als Eselsbrücke. Der hat nicht geschossen. Verdammt, ich spiel wie der Typ im Trailer. Ich spiel genauso wie der Typ im Trailer. Ihr hattet recht. Als ihr gelacht habt, weil ihr gesagt habt, der Typ spielt im Trailer so wie du. Ihr hattet recht. Hallo, Partner. Hinter mir ist doch einer, Alter. Der ist noch. Ich muss nachlaufen. Ich habe keine Spritzen mehr. Wo kommen die alle her auf einmal? Wo kommen die alle her auf einmal? Drei auf einmal. Krankenwagen kommt. Junge, keine Munition mehr. Keine Heile mehr, keine Munition mehr. Welcome home. Hauptsache, ich bin zu Hause. Aber Hauptsache, ich kriege Munition, ne? Da ist der Kuchen. Happy Birthday. Ich kann die Ballons nicht zum Platzen bringen. Bad game. Wie wäre es mit einer geilen Spritze? Wieso kann ich hier rüber? Bloober explain. Bloober explain. Why, Bloober? Hätte der Krankenwagen nicht kommen können, bevor du die vier Gesundheitsdrinks reingeorgelt hast. Kann man die Leiter lose schießen oder so? Da war eine Leiter. Wo siehst du eine Leiter? Ach, hier. Lol. Ne, ich denke mal, vor da oben, oder? Dann so ein Shortcut später. Ich bin ja mies in die Falle reingelaufen. Da war kein Key-Item drin. Da waren zwei Patronen oder so drin. Das war's. Ich bin da rein, wurde komplett auseinandergenommen und habe als Belohnung zwei Patronen bekommen. Irgendwie ist auch schade, dass er durch die Wand schlägt und das nicht wenigstens an der Wand abprallt oder so. Ja, das Ding ist, es wäre cool, ja, wenn du so wie bei Dark Souls dagegen haust. Aber wir haben Dark Souls gespielt und wir wissen, dass dagegen hauen auch nicht so geil sein kann. Wie zum Beispiel so in engen Räumen, wenn der Gegner nah an der Wand steht. Dann machst du, bong, immer gegen die Wand und du triffst den Gegner nicht. Dark Souls 2 hinter Gameplay. Genau das. Manche Sachen sind halt zwar realistisch und ganz cool, aber dann Gameplay-wise nicht mehr ganz so cool, ne? Und Lexor, Dankeschön für 37 Monate. Da muss man vielleicht Abstriche machen. Oh, das ist eine andere Tür, oder? Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast, Opfer. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Und ich werde wieder hier sein und zusehen. Sweet Mate Misaki. Dankeschön für zwei Monate. Was ist das rum? Was ist das denn? Das gab es ja mal OG nicht, oder? So einen Raum. Wäre besonders anstrengend, weil das halbe Spiel auf einem engen Raum ist, ja. Nö, nicht diese Stelle? Kennen wir das aus dem Original? Mir kommt das ihm gar nicht bekannt vor. Das kennen wir nicht, ne? Das ist irgendwas Neues. Ah, Mama. James. Rechts, wo die Dächer Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer? Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Okay. Was geht denn jetzt ab? Sieben? Ach, weil ich die sieben auf dem Foto gefunden habe. Meint ihr, das ist ein Teil des Rätsels? Keine Objekte. Hä, mehr ist hier nicht? Das war's? Das ist der einzige Hinweis? Rätselschwert-Chat. Haha. Da haben wir es. Ah, guck mal. Da ist ein Tic-Tac-Tor-Feld. Oh, ne Toilette ist hier. Vollgeschissen, Digga. Die Lösung ist sind fünf giftige Zapps. Probier mal. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links. Wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Wie, der funktioniert nicht. Ha, Moritz! Dankeschön für die Zapps, Moritz. Ähm, ich probier mal. Warte. Nee, hat's nicht geklappt. Und ja, ich kann Taschenlampe ausmachen. Äh, und, äh, Leck, ah ja, dankeschön. Für 100 Bits. Ich denke mal, das sollen Hinweise sein, wo ich die, die Teile der Codes finde, oder? Bufo, dankeschön. Dankeschön für die drei Euro. Ähm, ich denke mal, Das sind Hinweise, wo ich hingehen soll, oder? Seltsame Fotos. Das hier. Der bescheidene Beginn einer Karriere. Eines der seltsamen Fotos, die ich gefunden habe. Und auf der Rückseite war eine 7. Also ist vielleicht 7 so der erste Code? Dankeschön. Ich glaube, den Save kannst, äh, ich glaube, den Save kannst du rein mit Zeug an den Wand, äh, öffnen. Wäre sonst weird. Ja, aber in den Wänden ist ja nix. Da! Ne, 7. Das ist schon wieder dieses fucking 7. Da oben. Ich habe gesabbert, wie so ein dummes Schwein. 13. 13. Elf. Aber es sind noch mehr als drei Codes, oder? Waren es ja vier Zeilen. Müsste noch irgendwo eine vierte Zahl sein? Also wir haben hier Haus mit Schritten, ist eine 7. Dann haben wir drei Häuser und eine 13. Und dann haben wir eine Welle und 11. Und mehr finde ich nicht. Vielleicht auf dem Boden noch irgendwo? Ich guess es sind nur die drei. Oh. Ähm. Rechts wohl die Dächer die Nacht durchdringen. 13. 13. Links wohl die Schritte ihn nach Hause bringen. 7. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer? Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Also 13, 7, 11. Krasses Rätsel. Krasses Rätsel. Scheiss, ich hab das für viel gedreht. Scheiss, ich hab das für viel gedreht. 13, 7, 11, was ist das für ein scheiß Rätsel, Alter, was sind meine Shakebeer Rätsel, okay, Mann und Schwert, Münze Mann und Stehlerner Schlüssel Aber, das ist, das sind die, das passt in die typischen Blobber Rätsel, das ist so ein typisches, gewöhnliches Blobber Rätsel, Käfer Okay, das ist der Schlüssel, ähm, für die eine Tür, die wir schon gesehen hatten mit dem, mit dem Schloss Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite Ein paar Rätsel werden hier mies kryptisch, ja, ich hoffe Spritze Ich will richtig dumme Rätsel haben Ach, es war gar keine Spritze, schade Nee, wir spielen heute nicht durch Aber wir müssen nächste Woche bespielen Das Rätsel war für mich so viel verwirrender, weil ich dachte, dass es vier Zeilen sind Habt ihr eine halbe Stunde gesucht? Oh nein Ich dachte auch erst vier Äh, weil das vier Zeiler waren, vier Zeilen waren, aber ja Äh, wo war denn nochmal die Tür mit dem Schloss? Da ganz hinten, ne? Aber ich bin diese Treppe auch gar nicht runtergelaufen, die ich so runtergekickt habe Was ist denn hier überhaupt unten? Ach, einfach ein Shortcut wieder Okay Halbe Bloodborne hier Fehlen nur noch die Parries Bei Astrobot Chat Da kann man ja so alle möglichen Bots finden, ne? Aus der ganzen, so die ganzen letzten Jahre der Spieler auf Playstation Und da gibt es auch einen Bloodborne Hunter als Bot Und die haben alle so Interaktionen Und wenn du mit zu denen hingehst, zu den Bots, die du gesammelt hast Und die irgendwie schlägst, dann haben die immer so eine Interaktion Und alle, meistens ist es irgendwie sowas wie Die fallen hin oder so Oder die lassen irgendwas fallen Die erschrecken sich oder so Und der Bloodborne-Bot, wenn du den schlägst Der pariert dich Äh Ich muss ihn 210 Buh! Ich hab mich erschreckt Ich hab Angst vor, vor hohen Zahlen Die Menschen sind da auch alle an einer Zeile groß geschrieben Im Deutschen sagt er zumindest die Schrift Und das Haus im gleichen Satz Ich hab mich erschreckt Nicht spucken, ich muss speichern Und Padwick Dankeschön für 6 Monate Kommt der jetzt mit ins Treppen aus, oder was? Der Pimmel Okay, noch ein Shortcut Das ist wirklich Bloodborne Hey Mario Äh, ich find's bisher ganz nett Ja, ich steh in der Tür Oder so Ey, du hinschieb dich Er steht einfach in der Tür Ich kann ihn auf der Treppe nicht treffen Ich kann ihn auf der Treppe nicht treffen Scheiße, ich hab keine Heilung mehr Er hat die ganze Zeit so die, den, äh, den Tritt Äh, die Trittanimation gemacht Aber ich hab ihm keinen Schaden gemacht Weil er zu hoch war Äh, ich werde jetzt Spike King Zero spielen Ja, aber Ich kam noch nicht dazu Ist überhaupt zu kaufen Eddie? Eddie? Ich komme Ich habe einen guten alten Kühlschrank Hat Ikonischer Bösewicht in Silent Hill Nein, das ist nicht Angela. Ja, die Kotzgeräusche Moji waren viel stärker. Ja, ich kam hier und dachte, es könnte sicher sein, aber dann habe ich den Mann in der frisch. Easy, deep breaths. Look, dieses Ort ist nicht sicher. Diese Dinge, diese ganze Stadt, da ist etwas falsch. Es wäre best, wenn du einfach aus hier rauskommst. Ja, ja, das stimmt. Wenn du mit dabei bist, vielleicht zusammen können wir einen Weg aus dieser Stadt finden. Oh, sorry, aber ich kann nicht gehen. Nicht noch. Ich... Ich muss jemanden finden. Oh. Und, Eddie. Sei vorsichtig. Sie haben versucht, seine Stimme auch so dämlich zu machen wie Maureenheim. Ich bin tot. Ich bin hängen geblieben. Ich bin sowas von tot. Da sind echt viele. Jetzt muss ich zum Kinderwagen. Da war eine Münze drin, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, die kommen raus. Da war eine Münze drin. Da war ein bisschen verraten. Ich bin nur mitassemüllen. Das war ein bisschen was. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Die folgen mir jetzt aber nicht, oder? Okay, ich muss noch irgendwie an die dritte Münze ran, die im Schacht liegt, im Müllschacht. Im OG musste man dafür so eine Dose reinwerfen, irgendwie Dose Baked Beans oder so reinwerfen. Und dann ist der Müll bis nach unten durchgefallen. Einfach wie ein Soulsluck, einfach an jedem Gegner vorbei. Ja, das hat man aber auch im OG gemacht, um Ressourcen zu sparen. Vor allem draußen auf der Straße, wo man viel Platz hat, immer durchrennen. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Nee, ich habe doch keinen Schlüssel mehr. Wo war ich denn noch nicht? Wo war ich denn noch nicht? 201, da ist noch zu. Jo, wie atmet der, Alter? Und ganz oben war ich noch nicht. Vielleicht durch das andere Treppenhaus, wo ich jetzt drin war. Da komme ich jetzt nach oben wahrscheinlich, ja. Ja, 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 ja. Da bin ich nur nach unten gelaufen. Nee, ich war noch nicht im dritten. Da gehe ich jetzt hin. Boah, so eine Heilung wird echt lecker schmecken. Die wäre leckisch schmecki. So, hier war ich noch nicht. Ja, hier ist gefährlich. Hier haben die gesagt, hier soll keiner hochgehen, weil hier ist Baustelle. Alles Asbest verseucht. Ich bin so was von tot. Ich bin tot, 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 ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Geh rein! Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade nur die ganze Zeit zwischen zwei Räumen hin und her gelaufen bin. Und ob wirklich in jedem Raum jetzt noch 50 Gegner drin waren! Wenn du dein Licht ausmachst, bemerken die dich nicht, solange du sie nicht anrempelst. Spiel ich jetzt Stealth oder was? Bin ich hier in Metal Gear Solid oder was? Chat, seht ihr was überhaupt? Wenn ich ohne Licht spiele, seht ihr was? Wir sind überall Munition. Aber keine Heilung. Ich gehe da jetzt einfach rein und ich knall die einfach alle ab. Was wollen die machen? Okay, wir gehen rein. Ich werde mich hier gerne umschauen. Vielleicht gibt es hier eine Heilung. Ich habe mich hier angerempelt. Ich habe kein Licht angemacht. Das darf der nicht. Ah, jetzt kommt noch eine neue Regel dazu. Gerade war es nicht anrempeln und nicht anleuchten. Jetzt ist auch noch, du darfst nicht zu nah dran sein. Was kommt noch? Gleichheitsregel, hä? Du machst ja auch die Welt, wie sie dir gefällt. Einfach entwickler im Chat. Cooler kick. Jetzt weiß ich ja, wo die stehen. Ja, ich kann dem Treppenhaus helfen, aber die 10 Sekunden, die ich länger laufen muss, die sind jetzt auch eigentlich egal, weil jetzt schaffe ich es ja eh. Ich gehe da jetzt rein und knall die einfach alle ab. So, was soll die machen? Und dann habe ich nach dem Kampf, habe ich dann keine Munition und keine Heilung. Ich komme wieder wegrennen, der Versager. Hatte einfach Angst vor der Pistole. Opfer. So. Und wenn die alle tot sind, dann kann ich mich hier in Rom schauen und finde bestimmt hier auch Heilung. Nicht. Da, seht ihr? Zack. Nummer 1. So, da stand noch irgendwo einer. Hier oder so. Wo war denn der nochmal? Kurz vorm Flur stand irgendwo so ein Typ noch. Oh, da kam der aus dem Schrank rausgesprungen? Die miese Ratte. Ah, lol. Ah. Die. Die Gratten. Von sich gegeben? Voll süß, aber. Jetzt tut es mir leid, dass ich sie getötet habe. Minikit. Ja, die Gegner sind schon manchmal echt gemeingesetzt, sodass es dich schon jumpscairt. Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich weiß es. Ich kann es spüren, Digga. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas. Versucht hervorzubrechen. Oder? Oder sollte ich hier zu ihm gehen? Ich muss es freilegen. Aus seinem Versteck reißen. Drehen. Schicht für Schicht werde ich abziehen, bis ich sehe. Ja, ich weiß, dass es da ist. Er redet von seinem eigenen Körper, ne? Und das Pulsieren ist das. Tief in ihm ist das Herz. Er reißt sich die Haut und das Fleisch Stück für Stück auseinander. Bis er an seinem Herz ankommt. So. Nächster Jumpscare. Ist hier um die Ecke. Kann ich da irgendwie eine Flasche hinwerfen? Du bist doch gar nicht dran. Du bist als nächster. Der ist ja schon hier. Ich dachte, er stand hier in der Küche. Liegenbleiben. Okay. Ja. So. Ich habe noch 10 Schuss. Ich bin wieder vollgeheilt. Perfekt. Alles richtig gemacht. Bist du dir die Meinung zum Game? Bin am Überlegen, ob wir es nicht holen sollen. Tu es. Macht Spaß. Achso, du hast das Original noch nicht gespielt. Wenn du das Original noch nicht gespielt hast, spiel das Original. Klinge nach einem wilden Stream. Meinst du, ich sollte so einen Stream machen? Wo ich Stück für Stück mir Haut abziehe. Bis ich zu meinem Herzen gekommen bin. Meinst du, das wäre ein cooler Stream? Okay. Vielleicht muss ich da unten gleich kriechen. Ich bin wieder die Geräusche. Ja, das war es mit der Folge heilt sein. Ich habe noch eine Spritze gefilmt. Stimmt. Ist noch eine kleine Heiler? Ja, wäre doch mal was. Ja, ich überlege es mir. Vielleicht in einer neuen Wohnung. Ich lag falsch. 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 Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehr Schichten abziehen. Abreißen, bis das Blut hervortritt. Es geht wirklich um die Haut. Okay. Loll. Ich habe es die ganze Zeit da unten gesucht, aber es ist in mir. Es ist etwas in mir. Welche Kategorie würde man dafür eintragen? Gibt es Gore auf Twitch-Kategorie? Ah, da haben wir es. Saft in Dosen. Das müssen wir jetzt hier in den Müll reinwerfen. Loll. Man kriegt es einfach direkt daneben. Bloody Apple. Das ist bestimmt auch ein Synonym für ein Herz, oder? Und es ging ja gerade darum. Dass er an sein Herz ran will. Okay. Dann gehen wir wieder nach unten. Komm, ich speichere. Man sagt ja auch Bad Apple, ne? Also, verrotteter Apfel oder so. Schlechter Apfel zum Herzen, ne? Wenn jemand eine schlechte Persönlichkeit hat oder so. Was? Ist das nicht so? Rotten to the core, Bad Apple. Das ist doch so eine Beschreibung für, du bist ein Arschloch, hast ein schwarzes Herz oder so. Ähm. Wo ist die Münze? Was hat das mit dem Herzen zu tun? Ja, weil das Herz halt so groß ist, so ungefähr wie ein Apfel. Rotten to the core als Beschreibung kenne ich, aber nicht Bad Apple. Ja, aber was ist Rotten to the core? Genau, der Bad Apple. So, okay, wir haben alle, alle Münzen. Im OG brauchte man, glaube ich, auch nur drei Münzen. Und nicht alle fünf. Und dann konnte man das Rätsel lösen. Sind das die, die irgendwie die fünf, sechs Gegner, die mir hinterhergelaufen sind? Die stehen, stehen ihnen immer noch vor der Tür? Wolf Girl, dankeschön für drei Monate. Du, findest du hier was zurecht? Nein. Ich kenne Song. Deshalb. Der heißt Bad Apple. Und da geht es um schlechte Menschen. So, okay, ähm, lesen wir nochmal den Text. Drei glänzende Münzen, drei Figuren, schwer, doch in Schatten liegt niemand mehr. Der, als so galante Flo, dem ganze Glanze des Lichts von... Okay, ich kann nicht lesen. Ich guck mir kurz mal die Münzen an. Wir haben Münze Frau. Eine große Münze, in die eine junge Frau eingeprägt ist. Auf der Rückseite ist ein Grabstein zu sehen. Okay, Frau, Grabstein. Dann haben wir Schlange. Eine große Münze, in die eine Schlange eingeprägt ist. Auf der Rückseite ist eine Blume zu sehen. Okay. Frau, Grabstein. Schlange, Pflanze. Und ein Mann. Eine große Münze, in die das Gesicht des Mannes eingeprägt ist. Auf der Rückseite ist ein Schwert. Okay. Okay. So. Abfahrt. Drei glänzende Münzen. Drei Figuren, schwer. Doch in den Schatten liegt niemand mehr. Okay. Der einst so galante Flo... Der einst so galante Flo dem Glanze des Lichts. Vor der Sünde floh er, weit weg in das Nichts. Also, I guess, der Galante im Glanze des Lichts. Ich denke mal, das ist der Ritter. Der Mann mit dem Schwert. Und der ist ganz weit weg von der Schlange. Und die Schlange ist, I guess, die Sünde. Sie, die er zu beschützen schwor, liegt nun im Grab unter weißem Flor. Der Mann ist hier, weil das Glanze des Lichts, da ist rechts die Sonne. Er ist vor der Sünde geflohen. Die Sünde... Die Frau ist dann ganz links und die Sünde ist in der Mitte. Ah, ich kann die noch drehen. Grab. Dann haben wir Grab. Drei glänzende Reife. Der einst so galante Flo dem Glanze des Lichts. Vor der Sünde oder er floh vor dem Licht. Also sprich, er ist eigentlich hier hinten in der Nacht. Vor der Sünde floh er, weit weg in das Nichts. Sie, die er zu beschützen schwor, liegt nun im Grab unter... Ich verstehe nicht, was mit dem weißen Flor gemeint ist. Was hast du mit weißen Flor gemeint? Zahnpasta? Vielleicht hilft das Englische oben. The one, once so gallant, has fled from their Sheen. Ja, guck mal, their Sheen. Das passt schon. As far as he could from the icon of sin. Ja, so weit wie möglich. Okay. Das heißt, das weiteste wäre das hier. Und sie liegt bestimmt begraben unterm Baum. Da, seht ihr? His blade strikes did which from... Warte, wir machen es erstmal auf Deutsch. Er schlug nach dem Biest, das im Schatten lauerte. Lauert. Doch es hat keinen Sinn, um die Schöne ertrauert. Sein einstiges Leben lässt er auf dem Hain, wo einzelne Liebe war, steht nun ein Stein. Er schlug drauf, Alter. Hier, bam, er greift an. His blade strikes did... Vielleicht his Schwert, weil oben steht blade. His blade strikes did which from the roots doth rise. Followed by guilt and the mark of the mice. The life he once had is left behind. Where once there was love, now a stone resides. Also, I guess, er hat dann hier gekämpft, oder? Sein einstiges Leben lässt er auf dem Hain. Wo einzelne Liebe war, steht nun ein Stein. I am confusion. Ich kann die Formulierung Weißes Flur nur in Bezug auf Leichentücher. Er schlug nach dem Biest, das im Schatten lauert. Ich weiß nicht, ob Schatten schon ein Hinweis ist. Hör auf zu stöhnen, James. Du stehst gerade nur. Er schlug nach dem Biest, das im Schatten lauert. Doch es hat keinen Sinn, um die Schöne ertrauert. Sein einstiges Leben lässt er auf dem Hain. Wo einzelne Liebe war, steht nun ein Stein. Also vorher stand die ja hier. Digga, ich habe doch keine Ahnung. Weil oben steht auch Blade. Pass auf, Chad. Sie ist der Grabstein und sie wirft jetzt seinen Schatten auf die Schlange. Und er steht hier oder so. Babam, ne? Weil die Sonne scheint auf den Grabstein und der Grabstein wirft jetzt seinen Schatten. Und dann macht er Bääau. Er schlug nach dem Biest, das im Schatten lauert. Doch es hat keinen Sinn, um die Schöne ertrauert. His blade strikes the witch from the roots doft rise. Junge, im Englischen steht auch nichts von Biest. Okay. Ich dachte mir jetzt, weil da steht ja was von etwas, was aus den Wurzeln kommt, I guess. Deshalb dann die Blume. Und die ist hinter ihm. Im Schatten. Oder so, I guess. Okay. In grausamen Schatten der Krone kniet er, blickt in das Antlitz, das nun ist nicht mehr. Im grausamen Schatten der Krone kniet er, blickt in das Antlitz, das nun ist nicht mehr. Was ist los, Biakko? Es ist keine Seele, kein Laut, weit und breit, nur das Böse, das den Boden entweiht. Schlange. Das ist für ein grausamer Schatten der Krone. Er kniehlt bei der Krone, der kastet eine krölle Schade unter dem Visage von ihr, die verbringte. Wer steht hinter hier? Krone vielleicht. Die Baumkrone. Also ich denke mal, die Schlange kommt jetzt in die Mitte. Weil keine Seele, kein Laut, weit und breit, nur das Böse, das den Boden entweiht. Also gehen die ganz weg? Aber die gucken weg. So. Jo, Joe escaped. Hä? Im grausamen Schatten der Krone kniet er. Ich check das nicht mehr. In welchem Schatten der Krone? Ja, Baumkrone habe ich auch gerade gedacht. Er kniehlt bei der Krone, der kastet eine krölle Schade unter dem Visage von ihr, die verbringte. also er kniet vor dem Grab, I guess. Und das Grab wirft einen schicken Schatten auf ihn. Maybe? Ah, nein. Ich hole die Stange in die Mitte. Mann in der Mitte, Frau links. Oh, der kniet halt wirklich am Baume. Aber was mache ich dann mit der Schlange und der Frau? Blickt in das Antlitz. Ja, vielleicht ist damit das Gesicht gemeint und nicht der Grabstein. In dem grausamen Schatten der Krone kniet. Kniet er. Blickt in das Antlitz. Das nun ist nicht mehr. Ja, er sitzt im Schatten. Er sitzt im Schatten der Krone und schaut in das Gesicht von jemandem, der gestorben ist. Also er geht es von ihr. Er schaut ihr ins Gesicht. Die Sonne scheint von rechts. Also vielleicht wirft der Baum den Schatten nach links. Ja, das habe ich auch schon gedacht und das habe ich auch schon so probiert. Aber es ist keine Seele, kein Laut, weit und breit, nur das Böse, das dem Boden entweiht. Jako, halt deine Schnauze. Danke. Danke. Vielleicht ist die Pflanze zwischen denen. Biakko. Untertitelung auf física ist auch nicht solle gut сделать und weiß nicht yitzig wird. Once die Kastse� Und dann ist, unsere Sitz-Nahir bei tenir Mischung bei anderen der stege ganz damit mit Oh, okay, ich bin wieder da. Ja, ich bin mit meinen Knie, hab gegen den PC getreten. Und dadurch hat sich kurz mein Mikrofon verabschiedet. Der PC wird den Umzug überleben. Ja, ich weiß nicht, was ich mir da sagen soll. Ach, weil der Sound weg war. Es klingt halt so, als würde er irgendwo in einem Schatten sitzen, sie anschauen. Und obwohl nirgendwo Böses zu sehen ist, noch zu hören ist, ist das Böse halt unter ihnen im Boden. Also quasi wie irgendwie eine Pflanze oder so, eine Wurzel. Oh, das wollte ich nicht. Ich verstehe es nicht! Ja, aber auch wenn das Mondlicht schatten wirft, ich weiß immer noch nicht, wohin ich mit der Schlange oder der Pflanze hin soll. Ich checke es halt immer noch nicht, wohin soll ich damit gehen? Ich bin halt so verwirrt. Für die ja denken, Evil on Radiant Ground heißt Schlange unter der Sonne. Oh, die da sind doch nicht! Die Boshafte Bestie schleicht auf sie zu, erbettet die Magd zur ewigen Ruh. Die Rolle des Richters, sie ist nun dein, wer wird der Sünder der Geschichte sein? Okay, ich kann jetzt nach oben was machen. Ja, der Sünder ist die Schlange. So, Sieg. 201, ja easy. Rätselgott. Ich hab's nie verlernt. Junge. Ja, ich hab den letzten Part immer noch nicht gecheckt. Also ja, vielleicht Radiant Ground, der Ground, der halt von der Sonne so hell ist. Und dann ist sie halt unter der, unter dem Baum. Und er ist halt vor der Baumkrone im Schatten, I guess so. Äh, 201. Dafür müssen wir einmal diese Treppe oder die andere hoch. Diese Treppe. Junge, was für eine Hall. Das ist, glaube ich, einer der Faktoren fürs Ending, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Ach, wen, welchen Sünder man da oben reinsetzt. Äh, ich bin hier falsch. Ich suche nur das Treppenhaus. Was macht ihr hier? Ach, hier. Das heißt, ich hätte jetzt, egal wen da reinsetzen können, alle hätten funktioniert. Aber ja, im OG gab's ein ähnliches Rätsel, aber dazu nur eine Aufgabe. Muss es die Münzen nur einmal richtig setzen, das war's dann. Aber hier war das jetzt ja viermal, nee, dreimal hintereinander. Ah, hat der gerade gestöhnt. Und halt komplett neue Texte. Und die Münzen hat diesmal zwei Seiten. Im OG hatten die nicht zwei Seiten gehabt. Da war's nur Frau, Mann, Schlange. Oh! Der scherbige Einbrecher ist wieder da. Sogar eine Katzinotiz. Ah, nee, das ist ein Tuch. Kommt jetzt? Ja, jetzt kommt er. Tschöde, komm! Tschöde, komm! Tschöde, komm! James, du dummkopf, man sieht dich. Mach dich doch wenigstens klein. Was macht der da? Bro, hat versucht zu dabben oder so. Was macht denn das? Ja. Ich kann mich tan COVID nicht proben. Ich bin denke ichドüst. Ich könnte mir die K攻ze vergessen. U건. So, imagine, du könntest auch ihm einfach irgendwie in die Beine, in den Bauch oder sonst wo schießen, ne? Er schießt auf das, was am robustesten aussieht und auch ist. Pung, Pung, Pung. Schießt auch zehnmal drauf, vielleicht klappt er dann. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Dass die Puppen hier nicht mehr so puppenhaft aussehen, sondern sehr menschlich. Ich weiß, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finden soll. So. Stofftaschentuch. Ja, imagine, er hätte jetzt einfach so, einfach so reingreifen sollen durch die Türen und ihn so am Hals rausholen müssen. Und dann so am Hals rausziehen und dann die Wand hochdrücken. Einfach den Boss-Move. Da geht's auf die andere Seite. Hopper. Außerweltlich. Spoiler. Sein langes Messer kommt erst, kommt erst noch. Hier hat er gerade ein paar Puppen auseinandergenommen, oder? Das war, wir haben ihn gerade bei seiner Freizeitbeschäftigung erwischt. Bei dieser Stelle nicht woanders. Der Übergang von das eine Haus in das andere Haus war quasi wie so eine, im Flur, am Ende des Flurs, wie so eine Fire-Exit-Tür war es. Die war nicht in dem Zimmer, wo man Pyramid Head zum ersten Mal trifft. Das stimmt, die war woanders. Aber generell das ganze Haus ist ein bisschen anders aufgebaut. Das ist auch so ineinander viel verstrickter. Du hast die ganze Zeit so Shortcuts und so, das hattest du dort. Im OG bist du die ganze Zeit mehr oder weniger durch dieselben Gänge am Hin- und Herlaufen. Hier ist das alles so ineinander verstrickt. So ein bisschen... So ein bisschen wie Resident Evil. Dass du nie großartig zurücklaufen musst, sondern immer... Ich dachte, er spuckt bis hierhin. Die sieht jetzt mittlerweile anders aus, oder? Der hat jetzt richtige Beine. Ach komm schon! Die entwickeln sich! Platz auch noch! Okay, das ist ein komplett neuer Gegner-Typ. Ich sterbe, ich bin tot. Das ist ein komplett neuer Gegner-Typ. Ich dachte, die entwickeln sich oder so. Ich bin Fan vom Original, ja. Ich hab's erst hier wieder replayt. Vor neuer Monat. So werden die Löcher in den Wänden gemacht. Aber ja, es wird jetzt immer mehr und mehr zu dieser, äh, mehr und mehr so außerweltlich. Dieses typische Silent Hill-Ding, ne? Überall dieser Rost, diese Gitter. Aber war ja auch so Emoji. Dass wenn man die Seite rüber wechselt von den Gebäuden, dann ist dort auch alles so verrostet. Äh, das OG-Game ist auch so Resident Evil-mäßig. Nicht, also vom, nicht vom Level-Aufbau, aber vom Survival-Horror-Aspekt, ja. Alter, ich bin so schlecht. Er kommt hoch. Hallo. Du hast jetzt halt die Rostwelt aus den anderen Teilen. Die hatte im zweiten OG gar nicht, doch, doch, die gab's auch. Die war nicht so, äh, nicht so krass mit Gittern, aber die war auch so braun und rostig und dreckig. Wo bin ich? Okay. Irgendwie finde ich weird, dass die Gegner Schuhe tragen. Das hat ja, das hat ja alles den Sinn. Die Gegner hier in dem Spiel, äh, foreshadowing halt etwas. Die stellen etwas dar. M. Wieso, zwei hatte kurz im Krankenhaus die Alternativwelt und die war nicht so rostig. Doch im Krankenhaus und hier hatte sie auch. Hast du das Video zum Werbeplakat vom Remake vom Konami gesehen? Das ist auch ein paar Tage verrostet. Nee. Ich bin generell gespannt, wie sie das hier mit dem, ähm, mit dieser außerwältlichen Scheiße hier machen. Weil das haben sie in den späteren Teilen so overused, obwohl sie ja eigentlich in Silent Hill 2 so super wenig vorkamen. Und dann je, 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 je später der Teil war, desto mehr haben die dieses, dieses Element so overused. Einer führt sie an, mit wichtiger Mission, langsam aber stetig. Nach Wessen zieht er schon. Der flinkste, er stolpert, fällt wie ein junger Kalb. Kelb. Er ist noch nicht am Boden, doch er liegt schon halb. Die eine, die verblieb, sie ist mit sich im Twist. Ob sie 25 voraus oder 5 Schritte hinten ist. Okay, das ist irgendein Rätsel. Für die Uhr. Das ist irgendein Uhrenrätsel. Das sagt uns wahrscheinlich die Zeit der, ja, das sind die drei Zeiger, ne? Einer führt sie ein, mit wichtiger Mission, langsam aber stetig. Nach Wessen zieht er schon. Okay, das ist der Stundenzeiger. Er zeigt nach Wessen, also 9. Der flinkste, er stolpert, fällt wie ein junges Kalb. Er ist noch nicht am Boden, doch er liegt schon halb. Der Sekundenzeiger liegt schon halb. Vielleicht mit halb ist gemeint, dass er, ja, unten ist, im Süden. Die eine, die verbleibt, sie ist mit sich im Twist. Ob sie 25 voraus oder 5 Schritte hinten ist. Ja, machen wir gleich. Wenn ich bei der Uhr bin. Da ist die Uhr. Brauche ich noch Zeiger oder sind die schon alle da? Ne, die Zeiger fehlen noch alle. War das Daumpo, wo man quasi fast nur noch da unterwegs ist? Kann sein, ja. Neulich gelesen, dass dieser wackelige Gegner vom Anfang wohl auf einem betrunkenen Kumpel dann ist der Entwickler basieren. Ich glaube, das war es falsch gelesen. Ach, auf Normal und Easy gibt es hier einen Tipp an der Wand, oder was? Also im OG mit dem, ähm, im OG mit dem Uhrenrätsel war auch an der Wand ein Hinweis, was man machen muss mit der Uhr und nicht auf einem Zettel. Ah, 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 stopp, meine Taschenlampe ist aus. Gildet nicht. Spiel stopp. Durch die Tür. Ey, das gibt's doch nicht. Ich find keine Strat. Ich find keine Strat, um die Damage los zu besiegen. Lulan, Dankeschön für zwölf Monate. Dodgen. Ja, das Ding ist, die greifen halt meistens in meinem Angriff an. So, du, die, 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 keine Ahnung, ich könnte halt rumstehen und warten, ja. Die Strat hat Pistole. Ich hab halt nicht unendlich Munition, ne? Bald kommt erster Boss und dann steh ich da. Ja, hallo? Ach, bei M ist bestimmt der Minutes-Zeiger drin, bei H ist der Hour-Anzeiger drin. Und dann müssen wir gleich noch eine S-Tür finden. Für süß. Für süß wie Kati. So süß wie Kati. Dafür steht das S. Dankeschön, Raid. Und hi. Ähm, ja, okay. Ich hab nichts gefunden. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Was ist hier mit? Mit der Tür? Ach, da komm ich her. Treppenhaus. Und Kati. Dankeschön. Für zwei Monate. Treppenhaus ist auch zu. Bin ich blind? Bin ich blind? Ich seh keinen Weg mehr auf der Karte. Seit wann hat der Kegi-Army-Command nen Cooldown? Das ist scheißegal, weil ich werd den eh löschen. Ich vergesse den immer wieder zu löschen. Und na, Raid. Dankeschön. Für 16 Monate. Nein, tu das nicht. Doch. Der ist ultra cringe. 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 Hab ich je was übersehen? Ach, hier die Wand. Klar. Alter, Riki macht's halt. Du bist so warm geworden. Hä? Käfer. Ja. Ist irgendwo noch ein Käfer? Keine Ahnung, Digga. Ja. Ja. Grüne Pflanze. Resident Evil. Heilung. Schade. Wieso geht mein Radio ab? Wo ist hier der Gegner? Da ist er. Ja, verzieh dich wieder lieber. So. Ja, die mach ich lieber auf Fernkampf. Die platzen immer. Oh, Medizinschrank. Mit Munition. Wow. Ja, man kriegt hier auch viel, viel weniger Munition als Emoji. Da wirst du gefühlt komplett zugeschissen mit Munition. Das Radio kann man doch auch abschalten, oder? Ich weiß es nicht, aber ist ja ganz nett zu wissen, wenn Gegner in der Nähe sind. Deshalb lass ich's an. Hä? Ist gar nichts? Ach so, hier, Leute. Ich hab ne Troufie für durchspielen ohne Radio. Scheiße, hätte ich das gewusst. Jetzt ist es zu spät. Bleib liegen, ne? Bleib liegen, ne? Das sind die platzenden. Bleib liegen. Der schickt gleich sowas von auf und platzt. Ich bin so bad. Ich spiel halt wirklich wie im fucking Trailer. Okay, hier kann ich wieder Wand kaputt machen. Eigentlich hab ich den Trailer aufgenommen. Ich arbeite bei Konami. Ich hab Kojima rausgeworfen. Erwischt. Sorry. Ich mochte den nicht. Der hat mich immer genervt. Er kam immer rein und hat gesagt, hey, ich bin Kojima Superstar. Und ich so, ja, ist doch gut, halt dein Maul. Nee, nee, ich bin Kojima Superstar. Und dann hab ich gesagt, komm, geh. Musste ich nicht machen, aber war geil. Einfach Wände kaputt machen. Ah, dahinter ist Neid. Ich hab schon mal Karriere über, als Videospieljournalist nachgedacht. Früher hab ich darüber nachgedacht. Früher hab ich gedacht so, boah, wenn ich so Videos mache, wo ich so Reviews mache, zu spielen, und das dann irgendwann richtig krass wird, dann werden so irgendwelche, keine Ahnung, die GamePro oder so mich anschreiben und sagen, jo, willst du bei uns anfangen? Ja, die stehen wirklich auf. Boah. In sein Gehirn. Ja, ja, Mann, bei GameOne arbeiten. Boah, dabei Rocket Beans. Die haben auch Früchte und Obst, die haben auch Früchte und Obst, einen Obstkorb haben die. Kojima würde fragen, ob er Interview in einem deiner Videos machen kann. Ja, genau. Rocket Beans hab ich heute live gesehen. Polaris, ne, ist momentan in Hamburg. Hamburg! Okay, ich lauf hier nur im Kreis. Wer ist Videospieljournalist, dann hätte ich zu dem Spiel schon Artikel verpasst, verfasst mit der Headline, irgendwie sowas wie... Silent Hill 2, wohl eher... Ja, okay, ich bin kein Videospieljournalist. Äh, Videospieljournalist. Guter Titel. Ja, ich hab irgendeinen Rage Spade überlegt, aber... Ah, The Room. Okay, Radio. Das ist auch was Neues. Silent Hill 2, das langweiligste Spiel des Jahres. Okay. Ich hatte irgendwie irgendwo auch eine Headline gelesen, irgendwie von wegen, ähm... ...dass das Spiel in die Jahre gekommen ist und heute kann dieses Spiel gar nicht... Ah! Und heute kann Silent Hill gar nicht mehr flashen oder sowas. Wo ich mir denke, ja natürlich nicht. Jetzt ist jedes Spiel Silent Hill, Digga. Jedes zweite Horrorspiel ist Silent Hill. Ist vorbei. Okay, okay, okay. Okay, aim. 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 Ich muss hier weg. Ich hab' mir drei Schüsse daneben geschossen. Man muss aber auch sagen, Chad, er wackelt. Er wackelt immer von der Leine. Guck. Ich drück' nichts. Sieh, er wackelt. Eindeutig Stickdrift. Eindeutig Stickdrift. Nein, mein Stick ist gesund. Ich bin ja immer noch im Kreis am Laufen. Aber wir haben einen Schlüssel. 306. Okay. Ähm. Hinter mir. Machst du auch das hier ein Geräusch, Alter? Ach komm! Da ist noch einer drin. Hier ist noch einer drin. Ja, der bügt sich aber auch. Das ist unfair. Oh! Oh! Oh, ich steh' auf! Der lag doch. Der war tot! Oh! 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 Ich hasse duschen! Oh, geht nicht. James mag duschen. Was ist das eigentlich für eine Platzierung von der Toilette? What the fuck? Hä? Wieso steht die nicht... Also in diese Richtung? Junge, du musst dich ja da richtig reinquetschen unter den Wäsch... Unter das Waschbecken. Ja, wo bist du? Zeig dich. Oh, der ist gebring! Renn! Ah, sind alle hier! Oh, der ist gebring! Oh, der ist gebring! Noch schnell Spritze reingedrückt, Junge. Was geht denn hier ab? Gleichzeitig kacken und Hände waschen. Wieso sollst du beim Kacken Hände waschen? Das ergibt ja keinen Sinn. Das macht man danach, du dumm Batz. Okay. Und der Nächste. Ich denke mal, damit lasse ich immer weiter den Käfig runter? Mit dem Radio, I guess? Ja, irgendwie die Ketten hier. Dankeschön, Cerro Mero. Ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte Munition sparen. Oh, der ist noch einer! Oh mein Gott, alle sind hier. Noch einer. Liegt mir verloren. Ich seh gar nichts mehr. Ich bin blind. Meine Augen sind verschlossen. Aber wieso sind das so viele? Mein Bein ist eingeschlafen. Mein Bein! Da ist noch einer! Ah, mein Bein! Ich hab keine Heilung mehr. Der ist vorbei. Scheiße, ey, ich muss in den Raum. Ich muss raus zu denen. Ich hab noch zwölf Schuss. Und ich hab den Bruder hier immer noch nicht gefunden, ne? Ey, ich spiel auch so schlecht, ne? Ey, ey, ey. Der Schwierigkeitsgrad ist genau perfekt für mich, ne? Ich bin die ganze Zeit, äh, was Leben und Munition angeht, immer so ganz knapp. Besseilung. Ich bin das. Geh! Irgendwo sind die hier alle. Kommt einer. Guter Schuss. Guter Schuss, Streamer. Guter Schuss, der Streamer. Ich bin so schlecht. Spielst du mit Controller? Ne, mit Tanzmatte. Damit es halt spannender ist. Arschloch! Hier war doch noch einer irgendwo. Hier war ich, ne? Ach, man kann ihn einfach abnehmen. Oh, leid. Hier war ich noch nicht, I guess. Ist das so, dass wenn man mit wenig Leben rumläuft, war das im Mojiv Kriterium für Bad Ending? Scheiße. Chat, ich werde Bad Ending haben. Verdammt. Verdammt. Okay, der erste Zeiger. Scheiße, wo sind die anderen alle? Ach, die Tür ist jetzt hier offen. Die hat es jetzt runtergerissen, weil der Grammophon da oben hing. Grammophon hat einfach hunderte von Kilos gebogen. Shortcut. Oder kein Shortcut. Vielleicht doch der richtige Weg sogar. Ist aber nur ein Kriterium. Nur alleine deswegen bekommt man es schon nicht. Also jetzt, wo wir vor kurzem das gereplayt haben, das OG, da hatte ich ein gutes Ende gehabt. Ach, vielleicht öffnet jeder Zeiger eine Tür. Wenn ich jetzt den Stundenzeiger richtig einsetze, dann öffnet sich die Stundentür. Versteht ihr? So. Speichern kurz. Und die ist offen tatsächlich. Okay. War ein bisschen laut. Ja, solche alten Uhren, die sind halt nun mal sehr laut. Boah, hier ist aber schön. Hier ist nicht ganz so ranzig. Okay. Ich sag nichts. Ich habe irgendeinen Vogelschlüssel. Da kommt ein Vogel hin. Auf diese Hinweise schon. Zeigen dir sofort, was da für ein Item hinkommt. Chat, könnt ihr dir so eine Wand einreißen? Vor allem, das ist ja mit so einem komischen ranzigen Brett. Er macht das einfach mit so einem komischen ranzigen Brett. Ich meine, ja okay, die Wand ist vielleicht ein bisschen spröder und vielleicht schon ein bisschen brüchig, aber mit Holz. Ich glaube, ich würde auch eher dagegen treten, als mit dem Holz draufhauen. Vogel. Hab ihn. Da kommt jemand rein. Hallo, guten Tag. Der hat ja gar keine Arme, ne? Der hat nicht mal Ellbogen. Der kann ja nicht mal so mit Ellbogen die Tür aufmachen. Wie kommt der rein? Was macht der für sickke Moves, um die Tür zu öffnen? Mit so seiner, so Unterrippe draufdrücken. Oh, mit Kopf. Aber er kam halt schon sehr aufrecht rein. Er hat es nicht mit Kopf gemacht. Oh, jetzt brauchen wir noch einen Schmarrn. Ja, dann gehen wir zur Minutentür, ne? I guess. Hier war ich noch gar nicht drin. Moin. Die Tür war leider zu. Äh, ich musste einen anderen Weg finden. Entschuldigung. Wegen der Tür. Okay. Hau rein, Digi. Ey, gib mir doch Heilung. Wir sind zwei. Und wir sind die Panik. Rennen, James. Scheiße. Da war ein Item. Da war bestimmt der andere Vogel. Ich bin so gefickt, ne? Ähm. Wo war nochmal die Uhr? Ich könnte aber kurz speichern gehen. Bevor ich mich nochmal reintraue. Oh, hier ist ne kleine Heilung. Okay, alles gut. Ich hab's. Ich aber auch immer panisch in jede Richtung einfach schieße. Kann ich da vielleicht ohne Licht reinschleichen? Ah. Ah. In sein Knie. In sein Knie. In sein Knie. In sein Knie. Man kann die wirklich stunnen. Man kann die stunnen. Wenn man die in die Beine schießt. Okay. Da ist der Schwan. Kopf. Aber nur im Kopf. Wir brauchen noch einen Körper, I guess. Anstealfen und dann backstabben. Das wär stark, ja. Oh mein Gott, ich bin James. Ich bin am sterben. Oh Mann. Ich bin so ne Memme. Oh mein Gott. Reiß dich zusammen, James. Memme. Entschuldigung. Wie bitte? Er hat kein Wort verstanden. Kommt schon, Leute. Ich hab... Kommt schon, Leute. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Jetzt raidet mich nicht gleich mit fünf Gegnern hier. Ja. Heilung. Nee, Munition. Och Mann, ey. Das ist eins zu eins, das flüstert, was im OG war. Aber das war doch nicht hier. Das war doch viel später, oder? Hier gleich steht wieder um die Ecke irgend so ein Puppenbeine da. War wann das? Ja, ich meine auch. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Ich hab doch kein Leben, Mann. Unförmiges Figuren-Teil. Ah, das ist bestimmt der untere. Oh mein Gott. Dig, ich hab kein Leben. Bitte geht. Oh nein. Ich hab kein Leben, Mann. 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 Bitte gib mir doch endlich eine Heilung. Okay, jetzt habe ich keine Heilung und nur noch fünf Schuss. Also jetzt wirklich RIP. Bitte, jetzt ein bisschen Munition. Der Schrank sieht so aus, würde er gleich direkt aufbrechen, wenn ich Munition einsammle. Sieben Schuss. Und jetzt bricht die Wand auf und dann kommt ein Nemesis raus mit seinem Flammenwerfer. Nein. Also jetzt muss wirklich, jeder Schuss muss jetzt sitzen. Okay, ich muss hier rein wieder. Ein Schuss daneben bedeutet tot. Okay, ähm, kann ich die kombinieren? Ja. Ja, das ist ja ein hübscher Schmarrn. Soll das so? Ah, Rätsel. Das explodiert einfach. Okay. Jetzt können wir die Tür hier öffnen und hier ist jetzt eine richtig dicke Heilung drin. Wieso ist da ein fettes, hässliches Loch? Oh, scheiße. Ich kann da nicht runtergehen, Chad. Ich gehe speichern. Ich komme gar nicht mehr zurück, oder? Ich komme nicht mehr zurück, Chad. Ich komme nicht mehr zurück, Chad. Nee, warte. Ist das womöglich der Fall, dass ich die Karte nicht lesen kann? Ich komme nicht mehr zurück. Fuck, ich muss ins Loch. Ja, das ist Game Over. Wir müssen gleich drei Stunden Gameplay nachspielen. Ich hoffe, es hat Autosaves. Das ist aber auch echt ein scheiß Loch hier, ne? Das war das Münzenrätsel, was wir vorhin gemacht haben. Und hier war eigentlich das Münzenrätsel. Das ist aber kaputt. Wir sind schon die ganze Zeit auf der anderen Seite. Oder was meinst du mit der anderen Seite? Eine kleine Heilung. Nice. Ich bin nicht direkt tot. Okay, wo bin ich? Ich muss eigentlich wieder zum... Zum... Zur Uhr. Ich habe noch einen Minutenzeiger, den ich nicht eingesetzt habe. Ja, es ist irgendwie zu ruhig hier. Heilung. Schade. Ach komm, James. Baller dir doch so eine geile Kellogs-Schachtel in deinen Rachen, Alter. Das heilt auch. Eine Cutscene? Oh, die war okay, Angela. Oh. Es ist du. Ja. Ich bin James. Angela. Angela. Okay. Krass, oder? Die sieht einfach eins zu eins wie Eddie aus. Look, I'm not sure what you're planning, but... There's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We. We. Me. You. We're all the same. I'm not like you. Das denkst du. Are you afraid? Are you afraid? It's okay. Did you find your mother? No. I don't know. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well... I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. No, it's okay. I don't know why I think she's here. She... She died three years ago. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. Me. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Give this my sign. Will you hold it for me? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. 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 I'm sorry. No. I've been bad. Please don't. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mit Schlüssel sogar. Angelas Messer. Zoom. Bei Angelas Szenen haben sie echt ganze Arbeit geleistet. Ja, ist not bad. Er hat Baustellenarbeiterhände. Wohl eher gesamte Vogue-Arbeit. Ja, das ist mein Problem mit dir. Ich hätte auch gesagt, dass es eigentlich ganz gut ist, aber diese Uglyfication gefällt mir nicht. Normale Reaktion auf ein Spiegelbild. Äh, hier ist noch eine Tür. Ach so. Was passiert hier? Es ist der, der Boy, der G. Der Pyramidenkopf ist irgendwo am rumstampfen. Genau, der Kegi ist da. So klingt es immer. Wenn ich in deiner Nähe bin, dann klingt das genauso. Und dann hört man so ganz weit in der Entfernung, so ganz dumpf noch. Äh, in höheren Schreien. Wo ist mein Apfeltier? Okay, wir haben die Sekundentür. Okay, G-G-G-G-G. Ich habe echt lange nicht mehr gespeichert. Und da kommt ein Gegner. Und ich bin immer noch fast tot. Geh, 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 geh. Äh, das Messer, das Angela zurückgelassen hat. Es fühlt sich schwerer an, als es aussieht. Das ist die Last, die auf diesem Messer liegt. Ich lasse dich aus, wenn du ein, zwei Stunden nachholen musst. Ja, ich hoffe, es gibt Safe States. Guck mal, hier ist eine Heilung. Zack. Spritze. Boom. Ich bin wieder full. Alles gut. Ich habe alles im Griff wieder. Wer ist la Flamme? Alexander Skri... 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 Skriabin. Okay, ich check nicht, wieso wir hier so die ganze Zeit... Was ist das die ganze Zeit? Aber das zweite Mal so ein Stück finden. Was soll mir das sagen? Das ist einfach irgendwie... Bisschen Credits an die Macher des Spiels. Äh, okay, was? Hä? Ist zwischen die Beine geschossen. Ist grad ein bisschen weird, Chad. Da oben ist der Raum normalerweise, wo man das erste Mal gegen... Pyramid Head quasi kämpft. Und hier ist alles unter Wasser. Und nach dem Kampf geht das Wasser weg. Und dann kann man hier runter gehen. Das ist der Raum, wo man gegen ihn kämpft. Aber jetzt kommt man von unten. Und das Wasser ist jetzt schon weg. Okay, wir können wieder zur Uhr. Glaube ich. Werden wir bei Angela dann im OG auch in einem höheren Stockwerk schon? Also, welche Stockwerke das sind im OG, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieser Raum auf jeden Fall... Ähm, da Pyramid Head ist und man kommt nicht in die Etage unten hin. Erst, wenn man gegen ihn gekämpft hat. Dann kommt man erst in die Etage da drunter. So, äh... Der Minutenzeiger. Der ist jetzt ein bisschen kompliziert. Oder was habe ich für einen Zeiger? Ist das der Minutenzeiger? Minutenzeiger. Ja, der ist ein bisschen verwirrend. Weil wir haben hier den Hinweis für die Stunde. Der zeigt nach Westen. Dann der flinkste ist ja die Sekunde. Aber die Minute da unten. Die eine, die verblieb. Sie ist mit sich im Zwist. Ob sie 25 voraus oder 5 Schritt hinten ist. Vielleicht auf den Sekundenzeiger bezogen. Weil meiner Meinung nach wird der Sekundenzeiger auf die 30 gehen. Also auf die 30 Sekunden gehen. Und wenn er 25 Schritte hinten ist. Nee, voraus. Dann ist sie auf der 55. Aber auch 5 hinter der 0. Keine Ahnung, ich versuche mal die 55. Nee. Das weiß doch jeder. 25 voraus. Ja, ich guess, dann ist es auf die Stunde bezogen. Es ist halt 25 der Stunde voraus. I guess. Und vielleicht ist dann gemeint, sie ist 5 dahinter. Ist dann auf die Sekunde bezogen. Naja. Werden wir nun sehen, wenn ich die Sekunde habe. So. Okay. Let's go. Endlich speichern. Ich sterbe einfach beim Lesen. So. Die Minute ist offen. Die Minute ist hier hinten. Geiler Raum. Hier sammelt jemand Motten. Loch. Und da ist ein Schrank, der voll zugeschissen ist, oder so. Wir haben hier ein Rätsel. Mond plus Totenkopf minus Auge. Auge mal Totenkopf minus Mond. Totenkopf plus Mond in Klammern durch Auge. Okay. Wir müssen die Zahlen herausfinden. Okay, hier ist der Mond. Für was für eine Zahl steht der? Vier Flügel, vier Monde. Vielleicht eine Vier. Hier sind die Augen. Zwei Augen. Und ein Totenkopf. Okay. Die Motten sind schon echt cool. Ein bisschen ekelhaft, aber irgendwie auch ziemlich cool. Okay. Dann kommt jetzt mal der Rätsel, Chad. Ähm. Zwei plus eins. Ne, warte. Vier plus eins minus. Vier plus eins minus zwei. Sind drei. Ähm. Zwei mal eins. Minus vier. Das wäre ja dann minus, 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 minus zwei. Also I guess, wann wird's zwei? Ähm. Eins plus vier ist fünf. Und fünf durch zwei. Drei? Äh. Hoch. Also wenn wir dann hoch aufrunden, wäre es nur drei, ne? Okay, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht generell im ganzen Raum. Alle Augen muss, äh, alle Symbole muss ich zählen. Also sprich, hier haben wir jetzt zwei Augen. Vier Augen. Und hier haben wir nochmal fünf. Äh, noch ein fünftes. Also fünf Augen. Fünf Augen. Mond, der haben wir vier. Und dann waren hier noch zwei. Also sechs. Kreis ist fünf. Mond ist sechs. Totenkopf bleibt eins. Ich hab keine anderen Totenköpfe mehr. Ist da vielleicht noch irgendwas? Da ist noch ein Totenkopf. Totenkopf ist zwei. Okay. Wir haben neue Zahlen. Neue Rechnung. Let's go. Gibt es die wirklich? In dieser Größe ist ja fast schon ein Haustier. Also die sind schon, die gibt's schon recht groß, ja. Ich hab auch schon so Videos gesehen. Also nicht bei uns in Deutschland, aber es gibt die schon echt in groß. Ich weiß nicht, ob genau so groß. Aber die gibt's schon gruselig groß. So, dann haben wir jetzt sechs plus zwei ist sieben. Minus fünf ist zwei. Äh, nee, warte. Äh, nee, warte. Sechs plus zwei ist acht. Minus fünf sind drei. Läuft. Ähm. Fünf mal zwei sind zehn. Minus sechs sind vier. Und dann zweimal, äh, zweimal sechs sind zwölf. Zwölf durch fünf geht nicht. Ach, plus. Moment, zwei plus sechs sind acht. Und acht durch fünf. Habe ich mich wieder irgendwo verzählt mit den Augen? Warte nochmal. Wir haben hier zwei Kreise. Vier, zwei Kreise. Das sind vier Kreise. Und vier. Ja, ich hab doch Punkt vor Strich gemacht. Also es sind Klammern halt. Es sind Klammern, ne? Also ich geh von da aus, dass... Ohne die Klammer würde auch keinen Sinn ergeben. Ohne Klammer wäre es ja sechs durch fünf. Dann hätten wir auch keine richtige Zahl. Vielleicht übersehe ich hier noch irgendwas. Da sieht man nur den Bruder. Nur den Todenkopf. Oder ich muss erst in den Raum und den Schrank wegschieben. Oder die Anzahl der Motten an sich. Und nicht die Anzahl der Symbole, maybe. Moment, ich kann auch noch hier rein, Chad. Check mal kurz hier den Raum ab. Da, guck. Ich kann den Schrank jetzt wegschieben. Bestimmt. Ohne, das ist ein anderer Raum. Lull. Ah, hier ist er. Okay, wir haben noch nochmal zwei. Also ist Mond eigentlich eine Acht. Okay, wir haben nur noch die Zahlen. Mathemann greift erneut an. Keiner Shortcut. Okay. Ja, der Raum ist gerade sehr laut. Ähm, acht plus zwei ist zehn. Minus fünf sind fünf. Fünf mal zwei sind zehn. Minus acht sind zwei. Und dann haben wir unten zwei plus acht sind zehn. Durch fünf sind zwei. So. Hey, Kiba, was geht ab? Ich kann ein bisschen leiser machen, wenn es zu laut ist. Aber es muss schallern. Ich habe zehn Prozent leiser gemacht. Ich habe an dem Rätsel echt lange gesessen, weil ich die ganze Zeit dachte, was du auch gerade sagtest, dass man die Anzahl der Motten nehmen muss. Das nächste Loch. Ey, im OG fällt James die ganze Zeit so durch Löcher. Also er geht immer so durch Löcher, immer tiefer und tiefer quasi. Und hier greift er immer in Löcher rein. Und der Sekundenzeiger? Ja. Okay, wir haben alles. Er kommt. Der Mathe-Mann kommt. Äh, der Pyramiden-Mann kommt. Aber bestimmt kann er auch rechnen. Der Mathe-Mann kommt. Guck, der hat hier gekratzt. Ich habe gesabbert. Mann, wieso sabbere ich heute so viel? Nicht der Mathe, Mann. Verdammt. So, ja dann, I guess ist der Sekundenzeiger so. So, die Sekundentür war unten im Keller. Aber ich komme nicht mehr in den Keller. Weil die Tür plötzlich jetzt zu ist. Beim Anblick der Motten läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Ja. Kriege ich mega Hunger. Ja, wie komme ich jetzt runter? Oh, neues Foto. Chat. Was haben wir hier? Wie die Zeit vergeht. Elf. Okay. Die Fotos sind irgendwie random. Sie sind bestimmt auch für ein Ending gedacht oder so. Ich habe leider nichts mehr zu trinken. Nur ein Spucke-Schluck. Mathe, Mann? Oh, da komme ich von hier aus nach unten. Ich kam ja von hier her. Vorhin. Das muss irgendwo hier sein, das Loch. Die bleibt liegen, ne? Wir hatten schon mal das Vergnügen hier. Ich bin komplett falsch. Hier habe ich angefangen. Der Mathe, Mann. Wir spielen jetzt einfach eine Runde, wer bin ich? Wir müssen jetzt Fragen stellen. Ja, hallo? Bist du der Mathe, Mann? Nein. Bin ich nicht. Hast du eine Pyramide auf deinem Kopf? Nein. Darf ich nicht. Wo ist das verdammte Loch gewesen? Moment, ich bin zu dumm. Bist du Kegi? Suchst du eine Frau? Nein. Bist du der Kegi? Nein. Hast du den? Wurdest du von Vogue-Entwicklern fett gemacht? Nein. So, hier muss ich hin. Lag der vorher noch schon da? Würdest du so einen ganzen Mozzarella-Ball in deinem Mund ballern und runterschlucken? Würde ich sehr gerne machen, aber nee, ich bin nicht Rainer. Der Gegner ist ein Throwback? Echt? Lag hier im OG-Raum der Gegner auf dem Boden? Guck mal, das ist sogar ein Item. Der Gegner auf dem Boden? Emoji? Kann mich gar nicht dran erinnern. Weil der Pyri denn mitgenommen hat. Okay, daran erinnere ich mich nicht mehr. So. Wo war die Sekundentür? Ähm, die war, 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 die war. Müsste ich hier lang sein. Da ist die Sekundentür. Ich war Mario-Chat. Oh man, die sind nicht drauf gekommen. Alter, die Schere. Alter, das ist nicht lecker. Alter, das ist nicht lecker. Alter, die war, die war, die war, die war, die war. Abwad dann! Hohohoho. Ah, Alter! Hinter, das ist nicht lecker. Ich bin, dieväraczyung. Und ich was f..... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss mich im Gesicht kratzen. Ja, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was haben die mit ihm gemacht? Muss ich wieder warten oder muss ich diesmal wirklich schießen? Weil hier liegen echt viele Eifens oben. Was ist das? Das war meine. Das war mein Gesicht. Alarme. 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 jetzt eine bestimmte person und da muss ich ja fit aussehen fit und gesund das wird jetzt hier ein riesiges labyrinth sein oder was genau wie bewerbungsgespräch patrick chester sohn von edward erkämpft und starb für das volk die freiheit und für unsere zukunft sein andenken lebt weiter vielleicht ist im remake gar nicht hier vielleicht treffen sie waren woanders hey was geht ab sie ist hier also sie steht ein bisschen woanders aber ich will mal zurück ich kann nicht mehr zurück hinter mir ist eine wand das hier haben die auch kritisiert die fans also ihr ihr neues outfit dass es zu wenig sexualisiert ist ich habe mir eine weise sagt dann muss jemand ich habe mir eine weise sagt dann muss ich jemanden Kill WIFE! Regret. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So. What did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I, uh... I don't know anymore. There was... Something. I just... I can't quite... Hey! I think I might know. I mean... There's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind to lovers, Michael's special. Weeeeeee! W-sabai! I can show you if you want. You know? Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. You're just messing with me. Come on. You can't just tell me where it is. Wait. You're just going to leave me here? Alone? With all these monsteries. I know why I just... Is it because... I remind you of... Her? You loved her, didn't you? Didn't you? Alright, just... Come on. So it's okay? Yeah. Ne, hat nix mit boobs zu tun. Aber Moji trägt ja auch so Klamotten. Auch so mit Leopardenmuster und so. Sieht so ein bisschen aus wie damals so die Darstellung von... Ja, von Frauen, die du... für die du Geld bezahlen kannst. So hatte sie so ein bisschen den Vibe gehabt. Vom Outfit her. Was auch irgendwo irgendwie story-wise Sinn ergibt. Und hier sieht sie halt weniger so aus. Aber ja, dafür geht sie auch aggressiver ran. Oh, das ist geil. Aggressiver! Irgendwas wollte ich gerade sagen, er ist vergessen. Naja, war wohl nicht so wichtig, wenn ich es vergessen habe. Die Glühbirne sieht aus wie Papier. Welche Glühbirne? Die Glühbirne? Die vorne bei mir. Mit der Tasche. Und jetzt kommt so Escort Gameplay. Ich muss sie beschützen. Sonst stirbt sie. Die Tausend, die da rumhängen. Ach, die da oben. Sieht das aus wie Glühbirne, ne? Aber du ein Pferd. Was habt ihr da? Die sind auf diesem Ort, wo wir gehen. Was ist es genau? Es war ungefähr ein etwas besonderes Ort für junge Frauen in dieser Bühne. Ich denke, es ist einfacher, wenn ich euch das zeige. Ja, alle Places hier sehen aus wie, wo man sich mit seinem Girl hinsetzen kann und ein bisschen auf süß und romantisch rumschlotzen kann. Ja, wir können durch das Motel gehen. Was war im OG das nächste Gebiet? Da war schon das Krankenhaus, oder? Das nächste Gebiet? Sie wollen mit mir ins Motel gehen. Hast du schon mal in einem Ort wie dieser? Die Wände sind so klein, dass du alles hörst. Liebe, Hass, Leidigkeit. Ja, und hier kommt wahrscheinlich jetzt wieder... James? Ist alles okay? Das hat viel zu gut gepasst. Ich habe aus Versehen meine externe Festplatte ausgetreten. Ja, wie nicht. Meine Festplatte ist rausgefallen, sorry. Cozy. Cozy, warte. So. Wie findest du das jetzt? Ach ja, ich weiß, was ich jetzt wieder sagen wollte, weil es vorher im Chat geschrieben wurde, dass das erste Treffen zwischen denen passender gemacht ist, weil James jetzt nicht mehr so irre rüberkommt. Aber eigentlich ist irre auch voll gut passend, oder nicht? Der kommt hier gerade in der Stadt an, wo plötzlich überall Monster rumlaufen, kein einziger Mensch hier ist. Irgendein Typ mit einer riesigen Schere jagt ihn. Ich würde da auch ein bisschen durchdrehen. Ich würde da auch ein bisschen durchdrehen. Okay, sorry, damit ich wohl eine Schneeflock, ne? Falls irgendwer braucht, ich repariere die Rohre in 107. Okay, hier brauchen wir einen Code. In Control. Beiseite mit dir. Beiseite mit dir! 107 also. Ich glaube, in Raum 106 liegt sogar der Hut von Douglas Cartland. Diesen Detektiv aus Silent Hill 3. Aber das war nicht Emojis. Ne, okay, gut, Emoji existiert ja noch. In Silent Hill 3 noch gar nicht. Wo? Ich sehe hier keinen Hut. Mit dem Sessel. Ah, da! Okay. Hat er hier in Silent Hill 3 in Jake's Inn übernachtet? Haben die Speicherpunkte optisch eine Erklärung? Also sowas, das darstellen soll und man immer James sein Gesicht dabei sieht? Ja, ich hab mir bestimmt mal irgendwie Theorien oder so dazu durchgelesen, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du mich rein lassen? Kletter doch auch rüber! Oh mein Gott! Warte, ich brech kurz die Wand auf! Ja, ich weiß nicht. Silent Hill 3 ist schon ein bisschen länger her bei mir. Ich weiß nur grob, was passiert ist. Und ich weiß, dass ich in Silent Hill 3 sehr viel in einem Motel rumgelaufen bin. In einem sehr großen Motel. Und es mich sehr abgefuckt hatte, weil ich da sehr verwirrt war. Ich glaub, das war 3. Scheint so, als wären wir geliefert. Sie sagt, alles wird gut. Aber die Zahlen lügen nicht. Die Zahlen sagen, alle Zimmer müssen neu mobiliert werden. Dann müssen wir das mit den Arbeitskosten multiplizieren. Und dann sind da noch die Sanitäranlagen in den oberen Zimmern. Ich schwöre, manchmal möchte ich einfach aufgeben. Ich bin nicht mehr 33. Wenn wir es schaffen, am Ende mit einem Plus rauszugehen, dann gibt es für uns 5 vielleicht noch Hoffnung. Okay, ich muss die Zimmer zählen. Das war ein 5, das Motel. Irgendwie so ein riesiges Motel. Super viele Türen, großer Parkplatz. War das 5? Vielleicht war das 5. Ich weiß auf jeden Fall, ich hab's gehasst. Passt zu 5. 5 war Scheiße. Halt die Schnauze, Froscher. Alle Zimmer. Alle Zimmer. Mit den... Alle Zimmer müssen multipliziert werden. Mit der Anzahl der oberen Zimmer. Und dann mal 33 und plus 5. Das lese ich jetzt so raus. Hey. You think I'd look good in this one? Da! Das ist ein OG-Outfit. Ähm... Sure. Ich hab' nicht die reingenden Endorsen. Aber... Hey. Ich werde es nehmen. Jetzt sie an? So, wir haben oben nur 2 Zimmer. Wenn ich das richtig sehe. Oben sind nur 2 Zimmer. Unten sind... 1, 2... Müssen glaube ich 6 sein, oder? 3... 4... 5... Gibt's noch 100 vielleicht? 6... 6... 6 mal 2... sind 12. 12 mal 33... sind... 12 mal 33... ähm... 12 mal 33 sind... 33 mal 10 sind... 330... plus... 33 mal 2... sind... 66... 330 plus... 66... sind... 396... plus... 5 sind... 401... Ist das der Code? 30V... 88... Ja... Falsch falsch hat den zettel mitgenommen alle zimmer müssen alle zimmer 401 habe ich wollte ich sagen oder sie meinen alle zimmer und dann nur die oberen zimmer also alle zimmer wären 88 mal zwei wären 16 16 mal 33 wären 330 plus 180 100 nicht 180 jedoch 180 und 18 wenn 198 198 498 plus 30 wären 528 plus 5 wären wir bei 533 habe ich verrechnet ich wollte das taschenrechner das waren acht mal zwei mal 33 plus 5 ne war richtig 533 dann ist es auch falsch was wollen die von mir oder wo sind die ich glaube die pfeiltaste löscht eine eingabe und es nicht enter nein was ist dann dann enter ich kann sonst nirgendwo was anderes drücken das sieht aus wie eine return taste ich kann sonst nichts anderes drücken das ist schon hinterher oh mein gott wieso das ist immer was anderes oder meinen sie jetzt mit alle zimmer dass ich jetzt auch so was rechnen muss wie alle zimmer bedeutet jetzt 101 plus 102 plus 103 plus 104 plus 105 plus 106 und plus 107 plus 108 oder so die rückseite es ist vierstellig das sind vierstellig das sind vierstellig das sind vierstellige zahlen sein also muss ich ja vielleicht doch die 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 wir vierstellig werden dann muss ich vielleicht wirklich die das ist immer nummern zusammenrechnen also 101 plus 102 plus 103 plus 104 plus 105 plus 106 plus 107 plus 108 wären 836 836 mal 205 216 218 218 218 218 218 489 schwierig vielleicht 11 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 bis 36 36 x mal 7 plus 8 da mehr bei 540 540 mal 33 ist schon zu viel 17.000 schon fünfstellig es gibt acht räume und zwei davon sind oben so große zahlen kenne ich nicht acht räume und zwei sind oben dass das rätsel bei an dem ich seit gestern abend sitze nach der scheiße jetzt habe ich irgendwas noch übersehen die eingeben eine geheime wohnung eine versteckte wohnung ich kann hier noch mal den zettel zeigen ja also entweder halt acht mal zwei mal 33 mal plus fünf oder halt sechs mal zwei mal 33 plus fünf aber beides ist halt eine dreistellige zahlen versuch mal 5285 wieso was denn mathe weg wenn ein simples null davor packen ja was ist deine formel mrs isaac newton denke die fünf am ende kommt zu der angerechneten zahl dazu und deswegen plus fünf das wäre ja mega dumm und das andere war äh 400 ne das andere war äh 396 versuch mal ne ich werde nicht boobs versuchen was übersehen wir zählt das vielleicht auch als zimmer zähne 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 Ich weiß nicht, ob das als Zimmer zählt. Ich gehe, wohin ich will. Du sagst mir gar nichts. Ich habe noch 7,9,3,6 rausbekommen, wenn ich nur die oberen beiden mal 33 gerechnet habe. Also nur die halbe Aufgabe ist dann die Lösung. Ich will ein bisschen essen. Ähm, 7,9,7,9,3,6. Ne, es wird jetzt nicht am Ende wirklich einfach eine Null dahinter sein. Ne. Unten sind 6 Zimmer. Die wird einfach zerfleischt. Ich glaube, du hast einfach meine Leben zurückgezogen. Doch, es ist die 533 mit einer Null dah vorne. Es war Null, 533. Keine Ahnung, ob es irgendwie hier steht. Keine Ahnung. Habt ihr doch gesagt, es ist simpel. Torschlüssel, ja. Ist das dumm. Ist das ein dummes Rätsel. Das Ergebnis hatte ich sogar. Nur die Null vorne. Ja. Das habe ich auch. Das war auch genau mein Problem. Oh Mann. Ich meine, der Hinweis war wahrscheinlich, weil da steht vier Zahlen. Und wenn deine Zahl nicht hoch genug ist, dann ist halt vorne eine Null. Wo ist sie jetzt? Nur hierher. Ja, vielleicht auf Englisch ergibt das mehr Sinn. Wo wollen wir überhaupt hin, Girl? Krankenhaus. Also, so war es im OG auf jeden Fall. Deshalb gehe ich auch Richtung Krankenhaus. So, James. Drei Jahre. Das ist ein langer Zeit. Du hast sogar Chat-GPT geführt. Da hättest du auch direkt nach der Komplett-Lösung googeln können. Roa-Va-Ahaia. Okay, wir kommen nicht ins Krankenhaus. Ich lasse das kurz mal markieren. Ah, okay. Ich muss sogar ja mal kurz hinlaufen. Können wir den Bus runterschopsen? Jetzt schauen wir uns noch einen anderen Weg. und Mario Schneider. Dankeschön für 14 Monate. Nicht die Waffe, die brauchen wir noch. Ah, dann kriege ich vielleicht jetzt einen Katana. Ah, okay. Das Rohr kommt jetzt. So, Upgrade. Nee, technisch ist. Mach. ... UNTERTITELUNG WIEWES gather some wanted a record Was war das für ein A? Ich glaub da stehen, da darf ich nicht stehen bleiben A? Garage, Loot Tennis Auf Light und Normal ist das einfach die 533 und bei Hard muss man einfach eine 0 dazu packen Das war's A? Das war's Ansonsten ist das gleiche Rätsel. Nee, nee? Ah, okay. Bei Easy wirst du doch nicht rechnen müssen. Bei Easy steht bestimmt die Zahl einfach direkt da drüber. Die Kombination ist eine andere, aber du bekommst einen Hint auf die Null. Ah, okay. Bei Easy ist einfach nur eins halt. Bei Easy ist, wie viele Leute sind gerade im Raum? James, Maria. Zwei. Gelöst. Sind die nicht in so einen Club hier an der Stelle gegangen? In so eine Kneipe? War das nicht so eine Kneipe? Bevor sie... Ich habe so eine lange Treppe vor mir im Kopf. Oder war das dann erst später? In Seven Night, ne? Genau. Okay. Da liegt eine Salami. Du hast jetzt aber leider zwei Throwbacks verpasst. Mit der Bowlingbahn und der alten Stelle vom Heaven's Night. Foto Nummer drei. Ready to kill it? Nummer zwölf. Was diese Fotos sind, ey. Ey, was? Versteck dich nicht, Maria. Hier. Du musst keine Angst vor mir haben. Hallo? Wild Wednesday. Alter. Der Wild Wednesday. Da gibt's Flat Red Ficken. Für'n Fuffi. Was? Wauw. Lass gamen. Einmal Trample und einmal... Äh... Fresno Razor Rosens. Geil, meine zwei Lieblings Arcade Spiele. Aber im OG war das nicht so ein obviously ein Puff, oder? Das sah aus eher wie so eine Kneipe. Aber es war ja nicht so straight up into your face, das ist ein Puff. Ja, sogar solche Boom Boom Rooms da hinten. Maria? Gleich kommt hier sechs Stunden James-Tripp-Cutscene, mach dich bereit. Ne, jetzt Strip-C. Chat, ich bin das erste Mal im Puff und dann mit euch zusammen. Voll cool. Wann muss ich Geld werfen, Chat? Muss ich jetzt schon Geld werfen? Ist das eine spezielle Place you met? Don't be silly. Wir müssen einfach durch und nach der Front. Dann wieder. Jetzt, dass wir hier sind. Können wir bleiben? Hey. 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 Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. Aber sie sind in dem Teil viel, viel Flirtier unterwegs. Ich weiß. Es ist nur... Es ist nur... Im ersten Emoji hat sie mit dem Outfit gefallen. Ist das Logo... Was? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Was ist das? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bin nur für ein Wunderschöner. Kann ich nicht so was machen? Glaublich. Wann machen wir das? Das ist die Ängste. Nein? Sind Sie sicher? Nein. Sei so. Hier auch. Um zu helfen. Wir müssen wahrscheinlich gehen. Dass sie so extrem flirty ist. Das ist alles so... Direkt in deinem Gesicht. Im OG war das alles so komplett random und kryptisch irgendwie. Und erst so am Ende hat man dann vielleicht sich angefangen, Gedanken zu machen. Verloren und gefunden. Ähm... Ist mehr on the nose, ja. Das Münzenrätsel mit dem Richter am Ende war auch schon sehr offensichtliches Foreshadowing. Wenn man die Story kennt. Das war im OG auch nicht so stark. Ne, ne. Das genau, das war auch so. Genau das. Das ist alles irgendwie, ja. On the nose. Aber das Kryptische hat's auch dann zum Ende so krass gemacht. Also ich denke mal, die wollen halt den Weg fahren, dass, wenn am Ende die Konklusion kommt, dass jeder auch das Foreshadowing, sag ich mal, checkt. Oh lol. Auf dem Nurse-Outfit. Das ist am Ende auch jeder Check. Weil beim OG... musst du danach dir Video-Essays anschauen. Um das Foreshadowing zu checken. Weil das halt nicht so direkt ist. Ist das... du? Würdest du es gerne sein? Hm. Okay, ich glaube, wir können hier abhauen. Kann auch James für uns ein bisschen vielleicht strippen oder so? Nein? Ja, ich konnte schon. Der könnte bestimmt sich mit seinen brutalen Arschbacken oben, ganz oben an der Stange einfach so festklammern. Mit seinen brutalen Arschmuskeln. Und dann sieht das so aus, würde er einfach schweben. Wo ist ihn? Let me know when you want to move on. Ja, let's go. Ich bin dabei. Let's go. Alright then. Come on. We could come back later, if you want. You know? In case we need a break. Hm. I'm not sure if that's a good idea. What did you say? I mean, any port in the storm, right? Man, James, es sind drei Jahre her. Jetzt mach dich mal locker. Deine Frau ist seit drei Jahren schon tot. Mach dich mal locker. Mach doch mal ein bisschen Spaß, man. Sie würde es wollen. James ist einfach viel zu vogue. Er denkt so sehr an die Gefühle von Frauen, dass ihm sogar die Gefühle von toten Frauen wichtig sind. So feministisch ist er. Das ist jetzt nicht weit. Ist hier noch Loot in der Ecke? Eine Heilung oder so? Schau. Wir sind auf der anderen Seite des Chasm. Einige Detour. Aber hey, zumindest sind wir hier. Hier bedeutet genau, wo genau? Kannst du auch kurz warten? Ey, wieso bückt er sich beim Reingehen? Ist da irgendwie ein... ...was Unsichtbares gewesen? Das ist es? Ein Garten? Es gibt ein bisschen mehr als das. Wenn du so sagst. Ich glaube nicht, dass ich hier vorhin bin. Komm schon. Sie ist nur um den Körner. Sie? Sie ist nur um den Körner. Wer ist sie? Sehr süß. Sehr süß. Mann. Sie hat quasi seinen Leuchtturm. Sie ist nur um den Körner. Sie ist nur um den Körner hervorragend. Sie hat ihn auf den Körner hervorragend. Deshalb hat er gegen den körneren Wärten, bis zum Schluss ihn zu Ende hat. Sie sagen sogar dann, die Frau hat nie mehr Hoffnung verloren. Sie kamen aus der Nacht, kamen die Wälder, um seine Lieferung nach Hause zu bringen, um ihn aufzuhören. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit es gibt. Es ist wahrscheinlich nur eine fairy-tale. Aber sie hat sich etwas von einem local-saint, um ihn auszuhören. Deshalb ist es hier. Sie ist nicht hier. Was? Sie ist nicht hier. Und warum wäre sie hier? Ich weiß nicht, was ich hier noch nicht. Das war ein Fehler. Ich sollte nicht hier kommen. Hey. Es ist okay. Es gibt viele andere Plätze zu schauen. Wir können immer... Das ist mir. Komm mal. Komm mal. Let's go. Aber voll schön hier. Ist, glaube ich, ein cooler Ort, um irgendwie so ein satanistisches Ritual durchzuziehen oder so. Irgendwie so Schweineblut trinken oder so. In Kutten. Blut? Ich glaube, es kam von innerhalb des Theatern. War dein auch dein erster Gedanke? Wann satanistisches Community treffen? Du bist okay? Ja. Jo, ciao Waffel, gut genug. Vielleicht bist du besser hier. Okay. Nicht viel von einem Filmfan. Okay, Kino ist jetzt neu. Das gab's nicht im OG. Und James? Ja. Be careful in da. Ja. Oh, Moment. Oder ersetzen die hier die Bowling-Bahnen. Wann ich sage auch? Wann er sich so gut verspTwitter? Das haty auch. Und was musst du das sagen? Anyway. Sorry. Hey. Nein. Hast du das auch gehört? im kino dann gucken bestimmt gegen so eine woke propaganda oder so kein pizza essen der eddie haben sie uns einfach geklaut im remake ah nee da ist eine pizza da ist ein pizza karton er ist schon fertig und genehmigt sich gerade nachtisch in form von popcorn eddie oh das ist ein chicken bucket seine hände sind also mit so pinker glasur ach der frisst eis er schlabbert eis einfach mit der hand ist das nicht super kalt das ist doch so schulden er kann es einfach trinken wie ein milchshake um no hell das ist probably just laura messing around the little girl laura is that her name that's what she said i'm gonna go look for her you coming now you want me to come with you ich kann die line auch nicht ernst nehmen er droppt einfach that's what she said ich Junge da einfach rocket beans mitarbeiter die bühne ist echt hoch der sieht irgendwie richtig disgusting aus hier haben sie gut gemacht ich finde der sieht schnuckelig aus wird ihm den kleinen finger in ohr stecken die beste line vom ganzen spiel wurde rausgenommen das remake gespoke und bekommt von mir 0 von 10 trash game die bowlingbahn gibt es trotzdem und da gibt es eine anspielung auf die line sie war sie hier so aber das muss doch jetzt irgendwie einen sinn haben wieso sie ein fucking kino genommen haben anstatt eine bowlingbahn was ist jetzt so der mehrwert oder was wollen sie uns jetzt für eine story erzählen in form eines kinos jedes mal wenn ich denke ich habe ich habe immer mein leben verloren muss ich einfach denken wenigstens esse ich kein geschmolzenes eis mit der hand aber geschmolzenes eis mit der hand essen ist ok ich esse mein eis wie ich will ok aber eis mit der hand ist schon irgendwie ekelhaft weil das ist doch arsch kalt imagine du holst so ein wassereis komplett aus der tüte raus und hält das wassereis so in der hand und schlabberst dran mal so ein kratzeis aus dem becher rausholen und das ganze ding so in der hand halten und drauf beißen das klebt ja das kannst du danach noch das ganze sauber machen da ist es da immer noch war stop it's dangerous äh toilette shotgun ne nur peng peng penguin jo da hat es ja richtig geschmettert das ist das die wir wir das die diese die 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 Was geht ab, Mann? Dankeschön für den Raid. So, jetzt geht's ins Krankenhaus. James, schau. Ja? Luki. Eingewiesen, ach so. Die Krankenschwestern kommen jetzt. Oh, gleich kommen gar keine kranken Schwestern, sondern kranken Brüder. Ist das ein Schädenkabinett? In einem Krankenhaus? Ja, aber es ist leer. Somehow, das ist schwer. Oh, ein Taschentuch, Geist. Dankeschön für den Gifted Zap. An Luna. Dankeschön. Die tragen jetzt alle Burkas, also. Auf einmal religiös alle geworden. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Das Ding ist... Das Spiel ist ja Arsch lang, ne? Ach, das wäre eine Pistolenkugel. Äh, das Spiel ist ja Arsch lang eigentlich. Und... Und... Und, da wiederholt Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlosskombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problem, wenn sie sich bitte an die Oberschwester in... Okay. Es gibt Schwestern wieder. Äh, das Problem ist... Ich müsste wahrscheinlich dafür mehr als zwei Freitage... Also, ich bräuchte dafür wahrscheinlich mehr als zwei Freitage. Aber... Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja welche, ne? Könntest du sie bitte ins Büro bringen? Ähm... Ich hab... Übernächste Woche Freitag halt keine Zeit. Legen Umzug. Remember to wash your dick. Und ich hab eigentlich gar keinen Bock, so eine große Pause dazwischen zu machen. Deshalb weiß ich noch nicht, wie ich damit verfahre. Wenn ich das innerhalb von zwei Freitagen durchspielen will, dann müssen wir heute noch bis drei Uhr oder so machen. Und dann wird's, glaub ich, trotzdem immer noch knapp. Es sieht aus, wie es da ist eine Klappe drin. Keine Kombination, nein. Ja, deshalb hab ich überlegt, vielleicht... Nächste Woche oder so, vielleicht zweimal Silent Hill zu streamen. Dass wir dann nächste Woche... ...ähm... ...ähh... 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 Freitag und Sonntag Silent Hill machen. Veränderungen! Ja, müssen wir durch. Sonst müssen wir zu lange Pause machen bei Silent Hill und das wäre doof. Aha! Karte. Du streamst den Umzug als Vlog. Ja, aber ich kann dann, auch wenn ich den Umzug als Vlog streamen, kann ich nicht währenddessen Silent Hill spielen. Until Dawn verschieben? Nee, ich denke wir machen Sonntag Until Dawn trotzdem. Aber dann halt dafür nächste Woche dann. Oh mein Gott! Wir machen aber noch einen zweiten Until Dawn Run. Das ist ja bis Until Dawn noch nicht fertig. Wir haben jetzt einmal durchgespielt, aber da habe ich halt so versucht, alles richtig zu machen und nur gute Entscheidungen zu treffen. Und Sonntag machen wir noch einen Run, wo ich alles komplett reinscheißen werde. Ich werde die dazu bringen, dass sie sich alle hassen, dass sie die ganze Zeit überall stolpern, sich wehtun und alle sterben. Pur Appetite. Achso, ich kann auch so lesen. Nicht vergessen, wenn Sie an unterfolgenden Symptomen leiden, verminderte Appetit oder starke Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit oder Hypersomnie, Verlust von Interesse oder Freude an gewonnenen Aktivitäten, Gefühle von Wertlosigkeit, verminderte Denk- oder Konzentrationsfähigkeit. Dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt. Ich weiß Bescheid. Hat Until Dawn eigentlich so einen 10-Euro-Upgrade? Nee, das ist ein komplett neues Game. Komplett neues Game. Aha! Game Pit will auch schon schlafen. Ich hoffe mal, der geht nicht so lange. Äh, mal schauen. Keine Ahnung, ob... Wenn man so versucht, alles so schlecht wie möglich zu machen in Until Dawn, und ob dann der Run auch viel, viel kürzer ist oder so. I don't know. Weil du hast ja weniger Charaktere, dementsprechend weniger Cutscenes, weniger Story. Der Böse Wolf. Der Böse Wolf. Das hat ja auch so lange gedauert, weil wir so spät angefangen haben. Ja, ich denke, wir werden auch diesen Sonntag wieder erstmal irgendwas gucken. Und danach dann erst Until Dawn machen. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch genau, also beim OG auch genau hier irgendwie eine Pause gemacht, oder? Ich habe doch, glaube ich, auch im Krankenhaus eine Pause gemacht. Hm. Ne, Jungs, bin ich momentan gerade momentan. ho کے Bock. Bane, 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 Bane. Alles viele zu entspannt und zu ruhig hier. Ich glaube, es geht ja erst hier los, wenn sie sich hinlegt, ne? Dann sagt die irgendwann so, mir geht's nicht so gut, James. Lass mich hinlegen oder so. Und dann legt sie sich hin und dann plötzlich geht's ab. Im Hotel erst, glaube ich. Ich kann mich erinnern, wir haben auf jeden Fall irgendeine Rezeption aufgehört. Vielleicht war es auch eine Hotelrezeption. Was war das? Nicht sicher. Würde mehr Sinn ergeben. Weil ich habe ja mehr als ein Gebiet geschafft damals, Emoji. In einem Stream. Ich habe wieder recht viel Heilung. Viel Munition. Ich bin einfach komplett ready. Gleich werden die ganzen Krankenschwestern abgeschutet. Wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern, würde immer noch eine fehlen. Zwei sind tot, eine betrügt. Die dritte hackt das Brennholz in zwei. Die erste alleine ist alleine. Was wollen die mir sagen? Wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern, würde immer noch eine fehlen. Also drei Schwestern. Wenn die zweite so hoch wäre, würde immer noch eine fehlen. Das heißt, die zweite Zahl ist eine vier. Zwei sind tot und eine betrügt. Die dritte hakt das Brennholz. Die dritte hakt das Brennholz in zwei. Die erste ist allein. 142 ist der Code? Oh mein Gott. Diese Frau. Aber das haben sie auch ganz gut hinbekommen wie im O.G. Da stand sie auch immer so random irgendwo rum und hat eine mal so gejumpscared. Da war das auch so unangenehm. So. Eins, vier, drei. Okay. Ich bin raus. Eins, vier, zwei. Nein, hier geht es keine Null davor. Äh. Eins. Acht. Sieben. Nee. Wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern, würde immer noch eine fehlen. Die dritte hakt das Brennholz in zwei. Was für Brennholz in zwei? Drei Schwestern mal zwei plus eins? Was? Wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern, würde immer noch eine fehlen. Wieso? Wie kommst du denn auf drei mal zwei? Ja, eins, vier, zwei hatte ich auch schon gehabt. Habe ich ja gerade versucht. Das war auch mein Guess. Was ist denn überhaupt die Anzahl der Schwestern? Ja, I guess drei. Die zweite Schwester, die dritte Schwester, die erste Schwester. Ist nicht die Anzahl von Bildern aus der Lobby zu entnehmen? Oh. Oh. Aber es sind sieben Schwestern. also acht die erste ist alleine und die dritte schlägt das Holz in zwei also entweder ist das wirklich ganz simpel und es ist einfach nur 1, 8, 2 oder es ist 1, 8 und dann ist die eine die sie in zwei schlägt wenn sie alleine ist dann sind es noch sechs übrig und sie teilt die sechs in zwei Aufgruppen also sind das drei oder sie teilt die die anderen in zwei Gruppen auf und gesellt sich dazu dann ist sie die vierte also vier aber die eine betrügt doch ich verstehe nicht was das mit dem Betrügen bedeutet vielleicht wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern würde immer noch eine fehlen sprich vielleicht zählen die zwei die tot sind gar nicht dazu also sind fünf Schwestern und dann halt sechs aber was bedeutet eine betrügt was soll bedeuten eine betrügt was steht denn auf Englisch ich kann jetzt 1, 6, 2 probieren was 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 ex kusi ex kusi ich bin halt so verwirrt mit diesem komischen zwei sind tot und eine betrügt sie teilt die eine in zwei also sind es keine sieben Schwestern sondern sechs also 1, 8, 6 ach du meinst sie tötet eine Schwester vielleicht wurde sie rausgeworfen weil sie ein Fraud ist was ist denn Fraud übersetzt okay einfach Betrüger okay also sagen wir mal drei sind weg dann sind es nur noch vier dann ist es eine fünf 1, 5, 2 okay das Rätsel war einfach wirklich die die Zahl mit den also eigentlich die wichtigste Zahl war die die zweite der Rest war direkt eigentlich klar warum eigentlich das letzte zwei ja weil einfach N2 die eine schlägt Holz N2 also dachte ich einfach direkt zwei es gibt noch ein Beet mit Bäumen welche Bäume wo habe ich ein Bild mit Bäumen drübersehen die sind Ärzte im Garten hier ist unser Schrank kann ich nicht interagieren ah hier das ist der Hinweis vier durch zwei so wenn das der Hinweis ist das Rätsel ich weiß ja dann lass uns hier aufhören aber das Krankenhaus wird wahrscheinlich recht groß sein das wird wahrscheinlich jetzt noch so an die zwei drei Stunden gehen das Krankenhaus ja dann machen wir nächste Woche einmal Freitag und einmal Sonntag und dann haben wir es bestimmt durch länger das Krankenhaus ist mies lang okay ja auf jeden Fall auch auf jeden Fall auch bei zwei drei Stunden wäre es schon viel zu lang für heute und wenn es sogar noch länger ist dann ja erst recht sollten wir jetzt aufhören weil mittendrin im Krankenhaus aufhören wäre echt doof dann können wir das lieber in einem Rutsch machen ja das war immer sehr nice bisher ich mag ich mag ich mag die neuen Dialoge ich mag die Stimmen ich mag die Atmosphäre auch das Level Design also von von Gameplay wise her wie die aufgebaut sind wie die Gegner platziert sind ist auch an sich ganz cool gemacht ich weiß nicht ob ich einfach nur schlecht spiele oder es heißt schlecht spiele aber ob ich ich sag mal so ob ich perfekt spiele aber zum Beispiel jetzt im ersten Dungeon waren die Ressourcen genau perfekt irgendwie dass es immer sehr knapp war dass ich die ganze Zeit immer vorsichtig spielen durfte nicht irgendwie einfach durchrennen konnte und einfach alles abknallen konnte und mich unendlich heilen konnte sondern es war die ganze Zeit so on the edge so dass es dahingehend auch wirklich sich auch angefühlt hatte wie ein Survival Horror Game und das war auch ganz cool deshalb ich bin bisher auf jeden Fall sehr sehr positiv gestimmt ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ob mir dieses On The Nose so gefällt aber ja und ich glaube ich glaube das einzige negative bisher das einzige negative bisher ist wirklich Pyramid Head ich finde wie er animiert ist wie er sich bewegt sieht richtig richtig billig aus ich finde das sieht richtig richtig billig aus und das gefällt mir noch nicht so keine Ahnung ob das irgendwie besser wird oder so keine Ahnung aber bisher sieht es richtig schäbig aus er sieht zwar cool aus aber wie er sich bewegt es ist halt dieses typische Billow Game Horror Billow Horror Game Shit oder es ist irgendein Monster und der bewegt sich so ruckartig haben wir schon 50.000 Mal gesehen und das ist jedes Mal einfach nur einfach nur schäbig aber man sieht ihn ja bestimmt eh selten wir haben jetzt zweimal ihn gesehen und das eine Mal hat er versucht zu dabben oder so und das andere Mal hat er irgendwie so über den Boden komisch gesteppt und geslidet ohne seine Beine wirklich viel zu bewegen und er sah so ein bisschen aus wie als würde er so dashen wie in so einem Anime Game das sah irgendwie scheiße aus ich mochte es viele den Billow Viper aber auch nicht so den du beschreibst ja also die normalen Gegner sind ja normal die sind ja normal animiert die sehen nicht irgendwie billig animiert aus die sehen nicht so komisch aus die sehen ja ganz normal aus aber eher keine Ahnung was sie sich da gedacht haben weil das ist nicht irgendwie so dass sie da kein Budget hatten oder so weil das ist ja schon eine aktive Designentscheidung dass er sich so bewegt wie er sich bewegt das ist ja schon aktiv so gewollt weil das Spiel sieht ja nicht aus wie so ein Billow Game das ist ja schon ein recht hochwertiges Spiel deshalb es ist ja gewollt eigentlich aber ja 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 Chat das war sehr nice nächste Woche Freitag geht's weiter wir sehen uns erst jetzt